ist auch wichtig dass wir am anfang mucksmäuschen still sind dass wir da nichts also verstehen sie so vielleicht ich bin nicht in der mitte hallo und ja herzlich willkommen zur letzten vorletzten was weiß ich folge von wer ist das spiel jetzt hier pokémon in rubina und saphire ich bin da kilian ist da und martin ist auch da wir sind drei grüßen sie sich grüßen sie sich menschen aus der entertainment branche kennt sie nicht wir schreiben ja auch so sind ja so gastautoren so für so comedy formate wie stromberg und so weiß ja auch keiner was auch immer ich rede hier gerade um den verstand und ich würde einfach sagen wir fangen an bevor wir nicht noch hier weite kostbare zeit verlieren wo vielleicht rein ins abenteuer wasser wo waren wir denn letztes mal stehen geblieben wir waren in der siegelstraße und haben ganz schön auf der mappe bekommen das stimmt die sache ich habe auch jetzt oder wir haben jetzt auch noch mal nachgeguckt wo genau diese chanera heiterer geschichte war mit dem aufleveln und ich glaube es war jetzt in segras holp city das wollen wir jetzt erstmal durch die siegelstraße durchballen und da wollen wir kurz leveln wäre schon dafür noch mal durch zu rennen also wenigstens die andere seite der höhle zu sehen da ins pokémon center oder nicht das war schon ritten aber wir haben ja die meisten trainer schon entfernt auf dem weg haben wir das zerstört ja wir haben schon gut also wir waren ja lange in der höhe letztes mal ja lange waren wir drin aber war das erfolgreich ich weiß nicht wo lang hast du noch trink hast du tränke oder sowas du willst nicht wo lang ja das stimmt sechs tränke habe ich ich habe auch hoffen ist ich gehe das was doch fluchtseite und so dachte es gibt kein händler draußen gemarkt man nicht ein markt doch gleich gleich paralyse rein hier ja wird schon kein bock mehr ist das ein problem schon wieder synthese und du hast ihn aber auch vergiftet muss man dazu sagen somit sich habe angefangen er hat er sie hat sie kam mir halt so komisch vor kam mir jetzt so krumm da hat er gleich gesagt wo ich bin drache guck mich an wie gefällt ja volltreffer auch noch rein prügeln was ist denn sein problem man das gute ist dass er ein wildes pokémon ist bild und heute ein ruhiger stream hier wünscht das schön warum hast du nicht noch mal genesung gemacht und ihm die wolltest du nicht weil er mir volltreffer gegeben hat und dann hätte er noch mal angegriffen hätte ich synthese gemacht und dann wäre ich vielleicht gestorben geliehen greift du dich an bevor du synthese machst ja wenn ich paralysiert bin ja tschuldigen sie dass ich frage müssen mich ja nicht gleich anschreien hast du bereit ist gerade eine susi geworden hast du deinen snickers heute noch nicht gegessen so wo muss ich dir jetzt hin ähm bitte ne weiss das auch nicht mehr wir müssen gemeinsam oh schön mal ein pokémon zu sehen das ein richtiges pokémon ist ja vor allem hat es uns wieder paralysiert sofort am anfang naja ich hab dich schnell zuvor so jetzt muss ich aber level 45 wir wissen ab 45 geht's bergauf lass den doch fighten mit der paralyse das geht schon hast du kein para heiler Marcel hast du nicht eine beere die das macht ich verspille eh nur immer hast du nicht hast du nicht Leute wir gehen jetzt nicht jedes mal zum ersten pokémon gehen und dann wieder ins pokémon center das funktioniert nicht Marcel denkt sich doch das funktioniert zu dolle so man braucht eben doch geduld ne ist nicht nur immer kämpfen kämpfen ohne sinn und verstand sondern auch mal ne kleinvieh macht der auch messer sich zurückziehen neue kräfte sammeln ich meine wenn der schiefe turm von pisa wenn der gerade wäre wird sich doch keiner für den interessieren ja verstehen sie stromwerk bist du's mach mal licht an bring mal licht ins dunkle oh recht viel da ich finde es eigentlich ganz witzig dass das den Bildschirm nicht ganz ausfüllt das licht richtig lustig auch richtig witzige animation ja nach früher in den ersten spiel war das nicht so da du hast doch alles gesehen wieder ein echtes zwei echte pokémon kämpfen gegeneinander das ist ja mal krank ähm woher ich denn jetzt hin ich da runter ich würde erstmal den detektor anschmeißen kannst du eigentlich ich hab's falsch gemacht und damit ist das spiel vorbei jetzt sind die steine wieder normal schon komisch ja das blieb ich glaube ich muss weg und schon ach so da war ich schon ja das war wahrscheinlich ein item ja also will der nicht kämpfen hatte der ja gar keine lust oder was hat er das spiel nicht verstanden muss man schon ein bisschen mitmachen ja 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 wenn das ein volltreffer gewesen wäre wär's grenzlig geworden ja ja marcel auch ohne sinn und verstand einfach da weiß ich wollte nochmal leveln ihr in die höhle rein das ist eure schuld wenn ihr irgendwas stört aber nicht dragotha das kannst du nicht machen ne das ist unser aushängeschild sag mal wo bin ich denn hier wo wir den gekriegt haben da sind wir haben wir geheult teilweise wie bei glora haben wir uns auch ein bisschen zu übertrieben gefreut und jetzt flüchtet er bei ihm Marcel kann nur schwarz weiß entweder er flüchtet oder er lässt sie richtig auf die Moppe rum ich nehme keine erfahrungspunkte man ich gehe nicht auf die Moppe was ist da los Marcel spielt das Ding souverän durch wir haben glaube ich drei pokémon insgesamt verloren Carpador, Glurak und Nidoking Nidoking stimmt man darf Marcel nicht loben der kriegt nur Höhe und dann macht er alles falsch das stimmt ja das ist schwierig so jetzt wird wieder ohne sinn und verstand jedes pokémon oh ein trainer endlich ich habe gehört dass sich hier ein sehr starkes kind herum treibt bist du das? nein drei pokémon Raimund kaputt ERA? ich weiß jetzt nicht ob das die beste Wahl ist Kigli für Arme jetzt habe ich gedacht scheiße kann der Konter oder so ein Mist das wäre dann das wäre verhängnisvoll gewesen aber du denkst dir immer dass die Konter können ja oder Explosion Nidoqueen? äh da sehe ich ja kann das Konter? aber damit man dann sagen kann ich wusste dass es Konter macht ja ich wollte gerade sagen bitte vergifte nämlich nicht mit deiner Drecksfähigkeit natürlich die erste Attacke die man macht vergiftet vor allem du hast ihn mit Wasser abgeschossen und du bist dabei vergiftet geworden das ist schon schwierig da muss sich Dragotan schon echt viel Mühe dafür gegeben haben dann müssen wir ja gleich wieder ins Center rennen Bokowai Eieiei da wird jetzt mal Killer Junior drauf gehetzt mhm schönes Rasierplatz ne der macht Server ja und was soll passieren bei einem Pflanzen Pokémon ich dachte Martin ist ja komplett ja ne also komplett ne das ist ja auch ein bisschen Boden Pokémon und deswegen auch ein Flug Pokémon das geht dort drauf das ist ein Pflanzen Psycho Pokémon naja und Pflanze äh und Pflug äh also Pflug ist ja sehr gut gegen Psycho das ist hier ein wilder Ritt schon wieder ach oh einfach mal schön den Bimba am Baum hinlassen Hypnose direkt in dein Herz achja Bombe so jetzt warst du auf Masse ich spür das so er wird hier von allen Seiten Jogia ist aufgewacht ist was passiert hallo achjaja jetzt ist man verwirrt oder was jetzt hau die Genesung rein da na gut na gut so und jetzt stampfer und jetzt bist du nicht mehr verwirrt ja sehr gut ciao Kollege sehr gut wir sehen uns der Jagesfeier der Jagesfeier Reibund diese kleine Kröte ist echt stark hast du mich grad beleidigt Reibund die Achso hier war ich doch hier war ich doch aber nicht dann weg 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 Hier, was soll ich da kämpfen? Die geben nichts an Erfahrungspunkte. Dich habe ich schon besiegt. Jetzt wird es aber criminal. Das ist wirklich komisch. Ich habe mich ein bisschen verfranst hier, bin ich ehrlich. Da habe ich jetzt ein Déjà-vu zur letzten Woche. Ja, nee, es war bloß komisch, dass da der Trainer war und irgendwie macht es jetzt alles keinen Sinn mehr. Wahrscheinlich hatte ich keinen Bock zu kämpfen gehabt. Also, weil ich wenig Leben hatte oder so. Vielleicht musst du doch nach unten springen. Nee. Aber von da kommst du, ne? Oh, Marcel. Themen 29. Das muss ich mir angucken. Erdbeben, Erdbeben, Erdbeben. 29 müsste ja Psychokinese sein. Wir haben Erdbeben, Marcel. Können wir Killer Junior Erdbeben beibringen? Nein. Warum nicht? Weil ich nicht will. Können wir irgendjemand anderem Erdbeben beibringen? Nein. Das machen wir alles vor der Top 4. Das sind Attacken, die kann man keinem Pokémon beibringen, leider. Die sind zwar stark, aber das sind ja nur so Konzept- Attacken. Ich will dir die Hilfe unserer Siegkinger erdbeben. Wir haben gegen Gott, erdbeben. Wir haben gegen Gott, erdbeben. Wir haben hier ein Koffer. Ja, klar. Genau. Flemmi. Weg. Sag mal, hau ab. Ich hab mich jetzt ein bisschen an den Potrott erinnert. Aber hier ist die Frau. Ja. Das muss ich veriführen am Mittag. Ja, okay. Und hier ist ja dann demzufolge weg. Der Bäcker. Ja, hier war der Leiter, genau. Und da unten war ich ja auch schon. Da ist doch auch die Frau, die hier steht. Nee, natürlich nicht. Was willst du denn immer mit der Frau? Ja, um Orientating zu haben. Die ist weiter oben. So. Hier? Nee. Oh, da war auch schon. Nichts gar. Ich bin ja komplett. Also, wow. Lost. Weg. Da hält auch ein Superschutz rein. Ich glaub, davon müsstest du noch ein paar haben. Jetzt bewegst du dich im Kreis, Masse. Ach, hier hab ich auch dunkle Erinnerungen. Hier waren wir auch schon mal gewesen. Jetzt mal stärker ein. Komm, versuch's einfach stärker zu schieben. Erstmal musst du die anderen zertrümmern. Ich werd die echt fertig gemacht von euch. Oh, das ist ja legendär. Und du lässt ihn wieder gegen kämpfen, wenn der Psychokonese ein Volltreffer wäre, wär's dead, so. Wirklich, du nimmst kein Schillok mit, aber wenn da ein legendäres 40er Pokémon rumläuft, ja, gegen das muss ich kämpfen, so. Wisst du, wie viel Erfahrung das gibt? Ja, und wisst du, wie lange der Kampf hier dauert? Wisst du, wenn der gleich stirbt? Taunt 1200. Ist nicht so, Flemmi macht bestimmt auch 600. Nehm ich lieber zwei Schilloks. Ne, ist ja schön, Marcel bietet den Zuschauern auch mal was. Oh, jetzt geht's los hier. Ich habe es innerhalb kürzester Zeit geschafft, bis hierher geschafft, aber das letzte Stück zieht sich wie Kaugummi, muss ich sagen. Das ist ja, wir sind scheinbar kurz vorm Ziel. Sei kein Kaugummi. Baldorfisch! Ist das Dreck? Nein, Natsali, das ist ein Quatsch-Pokémon. Ich habe keine AP mehr. Also Ente rein, ein Rasublad drauf oder was? Ich mache mein Ding. Entschuldigung. Zunt halt. Oh, das war ja nix, Marcel. Da war ja vieles dabei. Das war ja... nix. Oh, jetzt treffe ich das nicht mehr. Gleich wird's so ein kleiner Sturm. Oh, endlich eine Top-Genesung. So, es hat... Mensch, was machst du denn mit deinem Windstoß? Das bringt doch hier nix. So, jetzt kommt wieder Genesung von dem... Er hat nix anderes. Ja, warum nimmst du's denn überhaupt? Na gut. Hier enden meine Träume. Na, du? Na, du? Na, du? Na, du? Was ist denn? Ei, ei, ei. Oh, oh, oh. Hallo, Ayude. Du bist bestimmt umrascht mich hier zu treffen. Ich habe es bis hierher geschafft. Und das verdanke ich dir. Ayude, meine Niederlage gegen dich hat mich viel stärker gemacht. Ich werde nie wieder verlieren. Ich werde gewinnen für die Pokémon, die mir Mut und Kraft gegeben haben. Okay, jetzt komm ich. Oh, oh. Aber es ist süß, wie der immer so dankbar ist. Oh, oh. Er wird uns vernichten. So dankbar ist er. Das wird er schon haben. Amoroso. Direkt in dein Herz. Superblick. Da guckt er wieder in alle Richtungen. Das läuft doch. Ach, Schutzschild. Kollege. Wollen wir kämpfen oder wollen wir uns verstecken? Schön. Ohne größere Donfang. Donfang. Das ist natürlich. Gift. Kann der Walzer. Natürlich kann der Walzer. Aber wir machen einfach Taucher. Und dann hat es sich ausgewalzt, Kollege. Ja, komm. Mach da dein Walzer-Ding. Trifst mich eh nur einmal. Ciao. Starmy. Oh, 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 oh. Inter, 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 inter. Da müssen wir, das ist... Unterschätzt man gerne mal die Stärke von so einem Starmy. ich nicht mehr so seit unserem letzten run wir sind da mit vielen stammys durch gerannt die sind zwar auch immer gestorben aber die waren krass ja ja und fußstrahl aber er stirbt oder so sind sie nicht perfekt doch gar nichts was ist kaputt ist es dieses wasser wie ich dieses lehrer ist entweder das pinke oder das blaue wasser schlange wie ich glaube ich ich würde der ente lassen aber das ist eine schlange da hast du rente aber es endes von typ wasser schwäche pflanze elektro wenn es die wasser ist kriegt schon gut hinten glaube ich danke jetzt immer kroko einkommen sagt man was pro kann nix aber meinst du warum leibst du jetzt nicht bei ente verwirre die wird ja das dauert zwei runden noch dann wäre das weg gewesen naja müsst ihr wissen was war das was war das denn alter was macht scheinwerfer noch mal okay die rock explose obwohl wenn der stärker ist hat er vielleicht gar keine explosion mehr denn dort die ja wenn dann ente ja welk 6 der ente eines pflanzen pokémon ist das erste was sterben dürfte auch wenn es hart ist so ente war unser erstes pokémon aber es macht sehen ja auch oder welcher ist das denn welcher typ ist das stein naja dann ente rein wir haben im notfall noch ein pflanzen pokémon massel ja ich über die also ente hat doch viel spezial verteidigung was war wichtig doch jetzt habe ich schon getauscht ich wollte eigentlich bericht machen ich glaube da würde vielleicht doch oder soll ich mal synthese machen vorsichtshalber machen mal rasierblatt rein warm synthese will er machen wow ajudo du wirst immer stärker ich konnte dich heute nicht besiegen aber eines tages werde ich es mit dir aufnehmen da habe ich falsch vorgelesen also betonungsmäßig warum ist er nicht weggegangen ach er steht jetzt da immer noch und du kannst immer wieder gegen ihn fighten oder was ne der wird dich nur voll quatschen da ist er auf mysteriöse art verschwunden 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 hier seid mir schon so jetzt ließen jetzt hat man der top 4 ja das ist vor der top 4 ja vorher ist ja nach der top 4 sage ich ja da gehen wir noch nicht rein können wir echt nicht rein da können wir wirklich nicht machen na jetzt ist läppeln also wir haben zwei optionen entweder farmen wir uns jetzt tot an den chaneras oder wir gehen noch mal auf pokémon suche oder wir kaufen erst mal besündungslos alles ja das ist auch wichtig da musst du nicht so oft ins pokémon center rennen das ist schon nicht so verkehrt ja ich möchte das ja das reicht erstmal ähm geld spielt keine rolle na dann lass doch noch mal die wo man pokémon fangen kann und dann vielleicht ist da ja noch ein krasses pokémon dabei und dann leveln wir also wir wollen heute noch ein zapdos fangen wenn die möglichkeit besteht ja können wir jetzt hier her fliegen ist die frage hier hin fliegen wollte ich eigentlich sagen pokémon liga marcel und jetzt wenn du nach unten gehst du immer noch ein stück nach unten unten mit der maus also mit dem jetzt nach links oh ne das ist zu weit äh hier ist hier ist es nicht nur noch genau doch dieser kleine punkte eins nach links noch da genau dieser da ist auf jeden fall auf jeden Fall irgendwas noch zu entdecken. So, welche... Wo muss ich jetzt hin, Kilian? Für neue Pokémon. Lass doch doch mal hin surfen, ob wir da hinkommen. Komm da nicht hin. Du siehst doch die dunkelblauen Sachen. Okay. Also da gibt es keinen Weg nach unten, meinst du? Da wissen wir ja, oder? Wir müssen halt Taucher machen oder so. Das haben wir auch gut vernachlässigt hier. Was auch schade ist. Eigentlich müssen wir auch die ganze Taucher-Sachen. Das kann man doch als erstes machen. Habe ich Bock drauf. Ein bisschen unter Wasserlevel. Ja. Hier ist auch übrigens gleich die Charnera-Ecke. Hier waren die Charnera. Zeig mal an, kurz. Hier sind wir lang gesurft und da war hier eigentlich jetzt Vorführ-Effekt. Zeig mal das Charnera. Charnera. Zoubert. Übernach weiter nach oben, oder? War das nicht. So, das kam auch, aber jetzt gleich werdet ihr sehen. Das ist ein Augenöffner. Also, wie ich schon sagte. Da so ein Charnera-Sachen. Das letzte Mal kamen die zweimal hintereinander so. Also, das sah ja aus wie eine Spawn-Ecke. Und da kamen auch deutlich mehr Pokémon. Ähm, hallo? Computerspiel? Lass mich jetzt nicht im Stich. Eieiei. Okay, gut. Gut, siehst du. Ciao. Ist da und ja. 124. Hallo. Tauchen, tauchen. Wo kann man tauchen? Hier. Hier kann man tauchen. Sicher. Wow. Carbon. Nein. Nicht schlimm. Ich will doch Carbon haben. Warum? Hab ich irgendwie... Kann ich irgendein Pokémon noch ein Item geben? Ja. Gucken mal. Geht. Dann klopfen wir den IP-Teiler. Nein. Geben. Das heißt, nicht der richtige Ort dafür. Solltest du eigentlich mittlerweile auch wissen. Initiative. Äh... Mann, sowas verkauft man einfach nur teuer im Supermarkt. Nein. Ja, komm. Ich hab nie einen Carbon gebraucht. Das brauchten wir früher alles gar nicht. Ne. Da haben wir einfach unsere Pokémon vernünftig trainiert. Okay, also... Es gibt zwei... Dinger, wo man hoch kann. Wenn wir hier... Das war vielleicht sogar schon falsch. Jetzt hab ich mich verpflanzt. Oh. Alles. Und einmal hier. So. Wenn hier kein Geheimnis ist, dann... Gute Nacht. Keine Anzeige. Wenn das nicht ein Schaneras sehen. Wie, was soll denn das jetzt? War ich hier schon mal? Wahrscheinlich, ja. Wie ich keine Anzeige... Level 8? Ist gar nichts. Okay. Nein. Ach, jetzt... Ich drücke... Ich drücke die falschen Tasten. Ich drücke die falschen Tasten. Nein. Okay. Verfranzung ist eingetroffen. Orientierungslosigkeit. Okay. Da ist so was. Indigo-Retik. Mhm. Stimmt, der eine wollte irgendwie so komische Dinger haben. Ups. Ich fand das wie ein Glitch gerade. Ich hab die Taste gedrückt. Gut. Dann... War das doch schon mal unsere erste... Taucherfransung. Taucherverfahrung, ja. Alles Klärchen. Dich hatten wir schon. Was ist denn mit der Küstenhöhle? Du kannst noch eine Sache jemandem geben, oder? Im Sandlobobob. Schönen Kingstein. Gibst einfach jemandem. Geben, Marcel. Nicht. Okay. Geben ist nicht übernehmen. Mann, weg. Was wollen die denn hier von mir? Wollen die denn? Wölle, Wöllen. Ach. Rein da. Ach. Von der richtig fette Wasserspinne hier. Musst ihr euch vorstellen. Hier sind überall so fette Spinnen überm Wasser. Also, nicht, dass ich was dagegen hab. Aber Marienkäfer wär'n dir lieber? Ja. Ich liebe Marienkäfer. Perle gefunden. Oh, das ist viel Geld. Das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Also, mir fällt jetzt nur Sonderpongpong ein. Oder X-Tempo weg. Was ist mit... Oder mit dem Rauchball? Was ist das überhaupt? Äh, Rauchball war doch irgendwas Gutes. Habe ich schon wieder vergessen. Ermöglicht Flucht vor wilden Pokémon. Das ist hier gegen wohin genau? Nö. Die sind Drecksvieh. Hier? Ist ja gar nichts. Ist ja ne richtige Nullnummer. Mit dem Detektor vielleicht mal rein. Ach, hier ist der Typ. Gut, dann... Geben wir das gleich ab. Der Angler? Nee, der Typ, der diese Stücke da sammelt irgendwie. Was möchtest du haben? Tauschen. Donnersteinwahr. Warum nicht? Können wir das aber gebrauchen? In der Tasche ist voll, sagt er dir. Echt? Oder? Nee, nee. Hat er jetzt was weggegeben dafür. Okay, okay. Was machst du mit dem Wasserstein und dem Donnerstein? Ja, kann ich auch verkaufen zur Not. Können wir erstmal auf die Box legen. Erstmal ein bisschen tauchen. Lass mal weiter Sachen machen. Oh, Riesenperle! Ich werde bekloppt. Jetzt haben wir... Also jetzt ist wirklich... Wasserstein weg. Nee, Donnerstein weg. Jetzt kriechen wir langsam auf allen Vieren, muss ich sagen. Auf dem Zahnfleisch. Ach du Scheiße. Angriffsplus. Echt? Jetzt werden die ganzen Sachen weggeschmissen, die ich jahrelang rumgetragen habe. Wo man gesagt hat, die setzt man... Kann man irgendwann nochmal richtig gut einsetzen. Der Top 4 zum Beispiel. Ja. Ich würde nur Sachen wegschmeißen, die man neu kaufen kann. Auch nicht schlecht, die Idee. Warum hast du jetzt 99 Hyperbälle weggeschmissen? Kann man doch nachkaufen. Auf welchem Geld? Außerdem habt ihr schon euren Meisterbälle aus dem Fenster geworfen, von daher. Eieiei, das ist eine hauwe Wunde. Für was eigentlich nochmal? Für das blaue Drachen-Pokémon, das du nicht kennst. Garadas. Nee, das du nicht kennst. Außerdem ist Garadas kein Drachen-Pokémon. Das ist so, wie Erdbeeren müssen sind. Grünstück, Leute. Okay, das ist ja ein Blattstein, der in demzufolge... Ich würde die Riesenperle wegwerfen. Wenn Schier-X-Ankürt wegwerfen. Kannst doch Fluchtzeile wegschmeißen. Fluchtzeile, Marcel, kannst du auch wegwerfen. Fluchtzeile ist essentiell. Also okay, jetzt vielleicht... Fluchtzeile ist schon geil, aber wir könnten es nachkaufen, halt. Ja. Das ist wirklich, dafür was du hier kriegst, ein Grünstück. So, was hast du gemacht? Grundstück? Es packt Grundstück in seine Tasche. Milo Rosenberg, hi. Hallo. Ich glaube, das ist Jonathan, aber sicher bin ich mir nicht. Können doch die von Buffy sein. Boah, ich bin eine Spinne. Nach da wird mal wieder gekämpft. Das ist ja fast schon willkürlich, wie du hier machst. Gegen die Ehen kämpfst du, gegen die anderen nicht. Also... Schau mal auf die Kleinen, ja. Was ist denn hier mit dem Vorge los? Der ist auch aggressiv, muss ich sagen. Schwalbini. Hier ist auch wieder nix. Das ist hier alles eine Nullnummer. Okay, was hast du gesagt? Nördlich von Moosbach City? Na. Soll die Küstenhöhle sein, hätte ich glaube ich gesagt. Ach, hier sind wir schon. Dann gehe ich noch immer ins Pokémon Center und dann... Oh. Das ist eh wundend. Auch wieder durchziehungsweise Pokémon gewesen. Gib mal beim Markt deinen Stafford. Oh, sehr gut, Kilian. Der Markt regelt das. Die Frage ist, aber die Steine kann ich da erstmal auf die Box packen, oder was? Dein Markt auch beim PC. Sorry. Nicht Müll. Bist du verrückt? Aber guck mal hier, Sternstück oder nicht Sternstück. Aber die Riesenperle kann ich ja verkaufen. Naja, klar. Das Grünstück. Nein, wir sind noch nicht durch die Top 4. Um mal den Chat hier zu beachten. Wir wollen noch ein bisschen... So ein paar Pokémon fangen und dann geht's in die Top 4. Hartschuppe, alles weg. Der Weg dahin ist schon frei. Marcel stand schon davor. Aber er hat dann gekniffen. Hab ich nicht getraut zu springen, ja. Wir sind dolle noch nicht bereit für die Top 4. Also ich denke, jedes Pokémon müsste wenigstens 10 Level machen, bevor man da reingeht. Man kennt's das nicht. Guck mal, der Gegenüber in einem Kampf, der ist hochstärker. Aber wenn du den Kopf richtig hast und einfach draufballerst, dann kann er auch nichts machen. Und dann kommt einfach der Nächste rein in den Raum und sagt, komm mach das nochmal. Ey, das ist alles ne Kopf, sag ich dir ja. Wenn du Psycho gehst, dann ist's... Ich denke, was will er machen? In fünfmal hätte er dann auch die Mappe geben zu lassen. Ja, die waren zwar stärker, aber er hat seinen Kopf eingesetzt. Ja? Na, beziehungsweise hat er den Kopf einfach ausgesetzt. Von Perle mit großem Wert oder was? Das 700 Gold, das war ja nix. Aber das ist auch nur 3000, noch was. Ich beschwere mich nicht. Stelle nur fest, da steht mit riesengroßen Wert. 500, saftigen Wert. Ein Nugget war's nicht, ne. Aber kein finanzieller großer Wert. Emotional anscheinend. Riesenperle, das muss 5000 Gold geben. Mindestens. Carbon gibt ja schon 4100. Sonderbonbon, hast du den schon abgelegt? Ja, hab ich schon abgelegt. Wir müssen jetzt neun oder zehn oder so haben. Die du abgelegt hast. Die ich abgelegt habe. Es fand eine Ablebung statt. So. Äh, wat? Ich hab schon wieder nördlich von hier. Ja, ja. Nerd? Ja, ja. Ich sag da. Ja, ja, klar. Das sollte ja eigentlich... Gar kein Problem sein. Ist nix. Hatte ich den schon? Da ist einer. Kaskade. Schade. Der hat sich in dem Moment umgedreht. Frech von ihm. Ziemlich angequaggelt. Matrose. Schwalbini. Tschüss. Schleimog. Da spiel ich schon wieder eine Vergiftung Sondergleichen. Keine Schreie. Haben wir eigentlich Bälle mit dabei, Marcel? Was? Haben wir eigentlich genug Bälle am Start? Was ist denn das jetzt für ne Frage? Naja, wenn wir jetzt vielleicht auf Pokémon-Fang-Sachen gehen... Wie viele Hyper-Bälle haben wir? Kommen wir nicht mit 5, oder? Das ist ja richtig hysterischer wieder hier. Naja, ich will... Nicht, dass es am Ende so ist, dass wir... Wir haben keinen Meister, bei dem wir draufwerfen können. Ich würd's denen nur sagen. Nachher ist Zapdos vor uns und wir können nix machen. 25. Ja, Marcel, für ein richtig krasses Pokémon haben wir schon mal mehr als 25 ausgegeben, hätt' ich gesagt. Stimmt. Da kann man nochmal in den Markt rammeln. Fällt dir jetzt ein, wo ich schon unterwegs war? Besser jetzt als nie. Kauf mal noch 25 ein und dann ist doch gut. Was hat denn das für ne Fankrate? Geld spielt keine Rolle. Geld sollte keine Rolle spielen. Wir machen ja nicht umsonst diese ganzen Trainer. Was hat denn das für ne Fankrate? Und das andere hatte ne... Ich weiß nicht, was da los war wirklich. Das ging mir schön auf den Sack. Wie man's auch schön sagt. Auf die Nerven. Das hat... uns ausgelacht. Weiß nicht mehr, wie viele Bälle das waren, aber es waren mehrere Dutzend an Bällen, die wir da reingeschmissen haben. Welches waren das Pokémon, wo ihr am meisten zu kämpfen hattet? Naja. Mit den... Das wird das schon gewesen sein. Naja, auf jeden Fall. Dragoran war gar nicht so schwer, ne? Dragoran war easy peasy. Der wollte zu uns. Der hat gemerkt, dass wir Probleme kriegen ohne den. Ich mach Aehoras und carry euch das halbe Game, okay? Drachenwut. Ja, sorry. Aber auch Aehoras. Aehoras. Macht gut. Ist jetzt die bessere Drachenwut geworden. Aber gegen so richtig harte, mit Steinen, Metall-Pokémon, Metall-Pokémon, ne? Das ist die Frage. 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 Darum ist ne Höhle. Ja. Höhle. Höhle. Ein lustiger alter Mann lebt in der Küstenhöhle. Das hat mir jemand erzählt. Willst du ihn auch besuchen? Nein. Keinen einzigen Zentimeter. Ach, mach mal das Fenster auf hier. Was soll denn das? Papunga und Raichu. Ja, jetzt haben wir... Also... Das sollte es dann... ...gewesen sein. Ja. Sind schon gut stark. Warte mal ganz kurz. Tauch doch mal ab, sicher, sicher. Ja, aber... Soll ich keinen Schlitzer reinballern? Mach, wie du willst. Eigentlich wollte ich das Pokémon wechseln, aber wenn das jetzt stirbt, dann bist du auch wieder schuld. Egelsamen. Das ist natürlich jetzt eine Sache. Mach ich eigentlich keinen Windstoß, sag mal. Tschüss. Und hier jetzt kommt natürlich jetzt einiges auf uns zu. Tschüssi. Tschüssi. Martin ist schon wieder weggemutet. Ich dachte, wir könnten gewinnen. Was soll ich sagen? Ich bin halt fabelhaft. Küstenhöhle. Pokémon... Hier gibt es jetzt Pokémon. Haben wir das richtige Pokémon vorne zum Fang? Oh, ein alter Mann. Oh, das ist doch der Dude. Oder? Hast du vor, tiefer hinein zu gehen? Würdest du mir bitte Küstensalz und Küstenschalen mitbringen? Ich kann dir daraus etwas Wunderbares anfertigen. Okay, erstmal hallo, würde ich sagen, und nicht hier... Naja. Fordern, fordern, fordern. Achso. Was soll ich denn machen? Angeln, surfen? Wie du willst. Wie ich will, sagt er. Wir können auch einen Land-Pokémon nehmen, quasi. Du kannst einfach an Land rüber, und dann laufen wir da lang. Super-Angeln. Hiermit schwöre ich, nur einmal den Knopf zu drücken. So war mir... Feierlich. Nicht einmal ein klitzekleines Knabbern. Es ist ein Krumm, weil ich zu... Ich habe außerdem weggeguckt. Und nicht gedrückt. Einmal gedrückt, okay. Jetzt, ich bin konzentriertet hoch 10. Ach, dann geht's wieder natürlich nicht. Der Fluch der Angel. Komm jetzt! Was siehst du? Oh, oh. So, jetzt. Hört's. Gar nicht! Ein Quiekel. Geil. Was soll denn das? Das ist übrigens ein Eis-Pokémon. Aber ist ja nicht so verkehrt, oder? Eis-Pokémon. Also Eisboden. Was hat das dann für Schwächen? Ja, denk doch mal nach. Stein, vierfach Schwäche. Äh... Ja, sowas. Zum Beispiel. Superball. Ach, ja. Da haben wir doch schon mal ein neues Pokémon angefangen. Ach nee, was quatsch ich denn? Das ist Eisboden. Das hat nicht Eis-Stein-Vierfach-Schwäche. Sondern? Doppelt nur. Wo ist das da? Weiß ich nicht mehr, ob das doppelt ist. Auf Nahrungssuche schnüffelt Quiekel am Brunnen entlang. Seine Lieblingsspeise ist ein Pilz, der unter verwesendem Gras wächst. Manchmal spürt dieses Pokémon heiße Quellen auf. Praktisch. Also ich würde den Namen Eis-Eis-Baby geben. Okay. Ich weiß nicht, ob das reinfällt. Oder Peaches. Peaches, weil es klein, rund und flauschig ist. Ich glaube Eis-Baby passt rein. Na dann Eis-Baby. Eis-Eis-Baby passt auch rein. Ja, das passt, Marcel. Gebt dir Mühe. Nicht immer sagen, geht nicht, kann ich nicht. Sondern mal ausprobieren, Mensch. Und dann kann jemanden und hat es einfach gemacht. Das Lied wäre auch kein Hit gewesen, wenn er nur gesagt hätte, Eis-Baby. Döp-döp-döp-döp. Eis-Baby. So, passt genau, als wäre es dafür gemacht, der Name. Das ist doch schön. So, wie ist die Höhle jetzt? Küstenhöhle. Ja. Na sicher. Küstenhöhle. Ja, ja, vergiss das L einfach. Mein Gott. Ich bin schon wieder... Hä? Kann man nicht meckern. Windstoß? Nee, so, ey. Vertreibe man nicht. Hier ist ja gar nichts. Das ist ja... Verrückt. Ich weiß nicht, ob die... Also... Man muss die Höhle schon spielen, ne? Wir müssen sich schon durchgekickt haben. Vielleicht ist hier ein dicker Sonderbonbon drin. Man soll sogar einen Teil dieser Höhle nur erreichen können, wenn gerade Ebbe ist. Oder Flut? Oder beides? Das heißt, ich muss hier eventuell nochmal rein, oder was? Wenn man, glaube ich, komplett alles weglooten möchte, dann ja. Aber es sieht doch aus nach... Ebbe? Küstenhöhle. Rein da. Boah, was geht denn hier jetzt ab? Küstenschale, ja, das wollt ihr ja haben. Der macht wieder meinen Rucksack voll. Ja, die stacken sich ja hoffentlich, oder? Das wär schlimm, wenn ich... Schlimm das wär. Ich hab mich verfranst, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber du bist ja auch erst zwei Sekunden in der Höhle drin, wie willst du da... Da gibt's tausend Wege und alles. Was ist das denn für Quatsch, Pokémon? Sonderpongpong. Das hätten wir auch fangen können. Das hier auch, aber... Ich hab mich verfranst. Das ist doch einfach nur reine Willkür, gegen welche Pokémon ich kämpfe und wo. Ich war dumm. Wieder einmal. Und ich bin hier. Alles klar. Das gleiche machen wir einfach nochmal. Oh, jetzt hab ich die falsche Attacke eingesetzt. Eieiei. Jetzt gibt er sich ja gar keine Mühe mehr. Los, fang! Ich kann es nicht fangen. Also ich kann schon, aber ich darf nicht. Die Folge heute heißt Konter, steh ich überhaupt nicht drauf. Aber es kam noch Konter noch gar nicht vor. Doch, eben mal hattest du schon Angst vor Konter. Stimmt. Irgendwie dieses komische Dayblade Pokémon, was sich auf den Kopf dreht. Capoeira? Top 4, steh ich überhaupt nicht drauf. Irgendwie sowas. So, jetzt ist wichtig, den Turbo-Knopf nicht mehr zu drücken. Der sollte nur im Kampf gedrückt werden. Riesenperle. Noch eine. Frech. Schon mal gut Geld. Ah ja. 3000. Okay, dann ist es ja als eigentlich... Ebbe. Wie komme ich jetzt da hoch? Wie komme ich hier hin? Anscheinend, indem du runterfährst. Äh, ich bin verwirre, die wird, aber da war doch auch nichts. Ich bin gerade... Ich stehe gerade wortwörtlich. Ach so, das ist vielleicht auch das, was gesagt wird. Vielleicht komme ich hier jetzt nicht mehr weiter. Ja, ich habe es... Keine Ahnung. Kann auch sein, dass es flutbar, dass das Wasser halt höher stehen müsste, damit du da hinkommst, ja. Hallo. Hm. Ja gut, dann... Tschüss. Dann kommen wir hier wohl wahrscheinlich nie wieder hin. Genesung. Das sieht auch legendär aus. Ne, es ist ein Starter-Pokémon. Ein legendäres Starter-Pokémon. Ähm... Was hält, um gleich aufs Nächste zu steuern, oder wie ist der Plan? Ich sage, ich habe hier noch zu tun. Was es gibt. Ich habe dich kommen, Hörer, und hier auf dich gewartet. Mit Quatsch-Pokémon hast du gewartet auf mich. Weg! ist gut jetzt ganzen ap werden rausgehauen ohne sinn und verstand habe ich jetzt alles oder habe ich hier nichts die habe ich doch noch nicht hallo das schwimmen hat mich ermüdet willst du mit mir kämpfen eigentlich wollte ich nur fragen wo es hier lang geht aber gut dann kämpfen wir das war es ja schon du bist mir die nummer zu groß zu groß na wo ist denn das nächste keller es gibt neue malbenfro was südöstlich von malbenfro city sein soll ich weiß nicht mehr wo malbenfro ist malbenfro ist hier südöstlich rechts unten quasi quatsche doch schon wieder irgendwie süd erschwörung wäre jetzt hier aber östlich südöstlich so jetzt kommt nämlich der osten ins spiel aber waren wir hier nicht schon mal ich glaube da kamen wir nicht rein wir haben erst durch den arenaleiter oder aber das kommt mir sehr bekannt vor ja doch das und hier haben wir kein pokémon gefangen ja wir haben bestimmt gefangen haben oder ich denke dann müssen wir das noch aufschreiben das ist neu malbenfro neu neu weil wenn also froh city oder lassen wir es einfach so wir wissen was gemeint ist dann gibt es die see woge malbenfro die liegt auch in den höhnregern zwischen faustauhafen und grafitport city auf der route 108 aber ne das ist das schiffswrack auch gewesen see woge malbenfro wahrscheinlich da waren wir ja eigentlich gewesen eigentlich waren wir ja da gewesen eigentlich haben wir das schon gemacht ja die sonnengrotte habe ich hier noch ein angebot wie liegt im norden von route 120 und ist umgeben wissen wir ja alle wo die auch in den höhen route 120 ja genau stehen keine roten das ist relativ warte mal vom baumhausen city wenn du davon so runterläuft so rechts runter das ist gut 120 beruhigen mal vom hausen city ist das ganze in der mitte oben alles super wo jetzt hin im norden von route 120 bin im norden ja es ist schon warte musst du halt suchen was ich kann jetzt ich kann das spiel für dich nicht spielen so ne es ist umgeben von einem wasser areal jetzt kein wasser dann musst du es ein bisschen suchen du musst da rechts und runter was ist da los ach hier schon da haben wir doch auch schon gewesen hier kam kein pokémon da sind wir übrigens lange lang gesurft naja das stimmt ich kann mich auch erinnern weiter was noch hat er bis jetzt nicht so viel gefunden top 4 wäre noch da steht aber dass es da pokémon gibt es gibt mehrere untergeschossen dieser höhle sogar wieder rein wasser vielleicht ist nix tauchen kann man da tauchen ist vielleicht für später oder was weiß ich aber hier ist nix was noch was noch ich merke die dankbarkeit in marcelts worten schlimmer kampfressort das ist ist eine kleine siedlung in der höhenregion ok das macht gar keinen sinn ja das ist auch da unten was ich dir gesagt habe diese insel wo du meintest dass wir die nicht erreichen können irgendwie also leveln wir jetzt dann gibt es noch den himmelturm aber da kommen wir glaube ich auch nicht hin der neben flossbrunn versteckte route 131 liegt könnte man noch mal hin falls wir den himmelturm schon sehen flossbrunn flossbrunn ja Oh, noch nicht gekämpft gegen die beiden. Oh, das sind natürlich wilde Pokémon. Natürlich ein ganz anderes Kaliber auf einmal hier. Aber auch 10 Level unter euch. Naja, 6 bis 7. Gengar hat gar keine Lust. Warte. Gut, das war's. Ach, Mensch. Der ist aber wilde unterwegs. Der will nicht, Kämpferd. Der macht's auch jetzt hier sein. Ach, ich will nur schwimmen. Ah, ja. Oh. Das Meer schwimmelt von Pokémon. Das ist nicht leicht, hier zu schwimmen. Ach, deswegen. Okay. Gengar! Was hab ich da oben? Gumpflektor. Tschüss. Was? Was? Ach. Das ist wieder so ein Ding, da muss ich echt sagen. Quatsch. Ein paar Assi. Pokémon, die von Tränen aufgezogen wurden, sind stark. Das lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Ich werd grad angerufen, ich bin kurz mal raus. Na klar. Die Bären werden wieder gefressen. Mit einer Selbstverständlichkeit. Die wachsen auf Bäumen anscheinend, die Bären. Ähm. Ein alter Bekannter. Weg. Weg. Ich hab keine Zeit für. Na, wie geht's dir denn jetzt so? Na, wie ist halt so mit alten Bekannten? Weg. Haha. Ich hab jetzt ein neues Leben, lass mich. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Weg. Und wie geht's dir so? Und was macht die Gabi? Ich hab mit Gabi nichts mehr zu tun. Weg. Ach, jetzt schwimmt der wieder kurz. Ich hab ein komplett neues Leben. Haha. Nichts, was mich mal ausgemacht hat, hat noch irgendwie mit mich zu tun. Ich hab ja auf Facebook gesehen, dass du da das gepostet hast. Weg. Ich hab bei Facebook gesehen, dass du deine Schnauze halten würdest. Haha. Das ist gemein. Haha. Das hat mir gefallen. Mhm. Das ist das andere Wasser wie ich, was ich meine. Nur so. Jetzt ist ja hier der Wurm drin, würd ich schon meinen. Super Schutz. Da oben, die hattest du noch nicht. Oh, Dodri. Warum so eilig? Immer mit der Ruhe. Ruhig. 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 Seht sich. Schon wieder Medaille? Lass mich rat. Vergiftung. Verpflektor. Ja, da nicht. Was jetzt? Schuppelt. Ich bin ein Geist. Weg. Meditalis. Äh, das war... Kampf? Psycho? Ja. Mit Stoß. Gedankengut. Ja, da muss man auch passen. Welches Gedankengut? Sonst kommen wir hier in eine ganz komische Ecke. Falsches Gedankengut wird eingesetzt. Oh, meine Güte. Dabei wollte ich nur ein bisschen entspannen. 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 Oh. Woher kommen denn hier die Oldschool Pokémon? Das Oldschool Hausen, schätze ich mal. Ja. Aus Nostalgie City, oder was? Ich hab mich hier schon wieder verfranst. Haben wir jetzt hier alles, oder? Haben wir hier nichts. Das ist doch die eigentliche Frage, die wir uns stellen sollten. Hier was mit dem... Hast du mitbekommen, Nostal? Ja. Hm? Hast du mitbekommen, dass Bushido, äh, bei Twitch auch jetzt Pokémonkarten aufgemacht hat? Pff. Der ist ja komplett los, der alte, alte Mann. Ja. Auch einfach den Hype um 10 Monate verpennt. Ich bin ja Rapper. Ich bin ja Gangster-Rapper. Aber der ist ja nicht Pokémon-Sabbler. Ich bin ja Gangster-Rapper. Ich bin ja Gangster-Rapper. Na ja. Wie drücke ich mich aus? Ich bin ja Bittsteller. Und mein... Oh, jetzt wird's aber interessant. Blubi hat versucht, Hydro-Pumpe zu ändern. Aber na gut, wir haben ja Surfer schon. Trotzdem. Ja, wir können ja uns Hydro-Pumpe mal angucken. Guck mal was wir ganz an. Aber guck mal. Ja, die Stärke spricht für sich, keine Frage. Aber Genauigkeit 80 mit 5 AP? Das kann ich nicht gebrauchen. Guck mal, das hat Stärke 95 und eine Genauigkeit von 100. Also, ganz ehrlich. Ciao. Aber wenn Hydro-Pumpe, dann ist schon... Ich hätte Wirbelwind weggemacht. Wird's grad Hydro-Pumpe nicht erlernen? Ja. Ja, aber Wirbelwind ist auch manchmal, wenn die Gegner sich buffen zum Beispiel. Ja, ich würd's für Surfer machen und einfach AP plus reindrücken. Surfer kannst du doch nicht wegmachen, oder? Wirklich, ist wirklich nicht von dieser Welt. Was ist denn? Ne, lass mich in Ruhe. Warum, warum, warum? Warum nicht AP plus dafür? Surfer hat mehr AP und hat eine bessere Genauigkeit. Ja, aber mit AP plus hat man das mit AP nicht mehr. Ja, okay, mit AP plus habe ich 8 mal Hydro-Pumpe. Ja. Ja. Hydro-Pumpe fetzt schon rein, oder? Wir haben AP plus auch mehr als einmal. Aber jetzt hat das eh weggemacht. Ja, ne, ne, das ist das Maximale, wie ich steigern kann. Auf 8 AP. Ja, ist das so? Das ist so. Ich dachte, AP plus macht immer um 5. So, was kommt hier? Jetzt kommt doch die Attacke drauf an. Also, wie viel Grund AP die so generell schon hat. Hm. Irgendwie verteidigt dir das mit Hydro-Pumpe jetzt nicht. Ne, doch, aber. Ist mir egal. Ja. So, was soll ich jetzt machen? Leveln. Oder haben wir noch was? Hast jetzt auf der Route 131 nichts gefunden, ne? Achso, ich habe nur spärlich gesucht. Achso. Aber es sah etwas so aus wie ein Höhleneingang, aber der war verschlossen. Also, das war nur so eine Wand quasi. Ja, okay. Ja, dann würde es das vielleicht sein. Ja. Ja. Man kommt echt nur auf das drauf, was hellblau ausgeleuchtet ist auf der Karte? Äh, ja. Was will denn der Opa? Nix. Ja. Da haben wir es doch. Schanera. Eieiei. Und das können wir jetzt fangen. Nein, ich fange das hier. Ich fange immer vorher. Eine Hydro-Pumpe drauf machen können. Bamm. Ja. Das hätte dann wie oft getroffen? Zweimal von fünf. Ne. Ja, viermal von fünf. Ne. Am Anfang schon noch, weil es nicht kaschen will. Aber dann. Oh, das ging jetzt leider daneben. Oh, probier es doch einfach nochmal. Komm, Schanera, zeig dich. Hallo. Ich bin auch in einer ähnlichen Farbe da. Komm schon, Schanera, sei nicht so schüchtern und sei auch ein bisschen höher im Level. Sonst raste ich komplett aus. Ab wann würdest du es ernst nehmen, das Schanera? Ah, Level 25 wäre schon gut. Aber Nidorino Level 7 ist auch ein Gegner. Gucken wir uns auch mal an. Schanera. Level 40, komm. Oh. Was ist das denn? Die Vorentwicklung von Robert. Aber dann noch lieber in der Siegelstraße, oder? Was ist das in der Siegelstraße? Wegen trainieren, also? Komm in, Schanera noch. Level 18, sag mal. Mit 18 will ich ja nichts zu tun haben. Ja, leider kommt Schanera zu selten hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Farmspot doch nicht aus meinen Träumen. Aus meinen Albträumen, ja. Eieiei. Da ist ja vieles dabei, das war ja jetzt hier nix. Da sind schon alle getötet. Nee, 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 nee. Ab in die Siegelstraße. Bitte versteht mein Verhalten. Bei Zeugen der Affiliate. Was denn jetzt musst du da noch mal komplett durchrammeln? Oh, das ist nicht. Muss ich nicht. Mehr kann hoch fliegen, aber... Wir machen jetzt so Topia oder was. Nee. Erst mal Porygon 2. Aber dann kommt schon die Top 4 danach. Was ist das? Noch ein Top 4? Also Porygon 2. Was man halt echt noch mal machen könnte, wäre so ein... Contest, ne? So ein Schönheits-Contest. Was für ein Contest? Schönheits-Test. Die sind ja diese Wettbewerbe. Nö. Also damit, also wenn ihr unbedingt wollt von mir aus, aber... Einen könnte man schon mal machen. Die Lust dahingehend ist tendiert gegen Null. Guter Lander. Okay, ja. Oh, oh. Ich sehe schon, das wird mich mit Drecks-Dings paralysieren. Mach erst mal eine Genese. Gibt schon viele Erfahrungspunkte, aber... Das ist ein Giraffe. Also jetzt ist das Ziel, alle Pokémon erst mal auf 50 zu kriegen. Ja. Und dann auf 55. Und dann gehen wir in die Top 4. Hey, 50 reicht schon. Nee. Echt, ja? Na, alle auf 50 und dann Sonderbonbons verteilen. Echt, alle auf 50? Wenn die besten Pokémon da fast Level 60 sind? Das wissen wir ja gar nicht. Und das ist meine Vermutung. Nee, unsere Vermutung war Level 50. Na gut. Wenn Sputer Lander, das hält sich aber dann auch immer noch ewig da... Wenn du halt unsere ganzen Pokémon sterben sehen möchtest, dann geh mit Level 50 rein. Dann können wir das ja auch jetzt machen eigentlich. So fünf Level drunter. Kier, das ist das, was wir gesagt haben und dann hast du nachgeguckt. Was soll ich denn dazu sagen jetzt? Das ist Wissen, was wir eigentlich nicht haben normalerweise. Alter, ich muss jeden Scheiß nachgucken, aber das... Nee, das war zu viel. Das ist Cheaten. Hm. Das ist Cheating. Das ist das Ding. Also wird sie dir ausprobieren geben. Ich bin so ne Dreckspopulier. Keine AP mehr. Das ist natürlich... Da sieht man mal, wie Marcel sich immer auf Ena-Attacke verlässt hier. Ausgewogenes Training ist bei Marcel nicht drin. Mangelware, würde ich fast schon sagen. Hypno! Bis? Das ist sehr effektiv. In welcher Welt leben wir denn? Ach. Das macht schon wieder Spaß. Erst mal eine Beere fressen. Das Spiel auch gleich ausrastet hier bei Vergiftung. Haben sie eine Vergiftung bestellt? Hapichli! 105 KPM, dafür stehe ich doch nicht auf. Flucht. So ein bisschen Schanera kommen. In diesem Intervall. Stehen sie? Ah ja, das wird noch mal ganz schön lange dauern hier mit dem Trainieren. Gibt's nicht mehr eine andere Stelle, wo wir effektiver trainieren können? Das ist die Siegelstraße. Martin. Wo, wenn nicht hier? Aber keine Sieger-Pokémon. Drachen-Pokémon ist schon ein starkes Viech. Ja, aber wie oft kommt das? Hier kommen nur kleine Pokémon, die ich kaum mit einer Ohre sehen kann. Schmutz-Moh. 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 Schmutz-Schmutz. Geh doch mal woanders jetzt hin. Oh, Porygon 2 ist nicht schlecht. Aber das dauert doch immer ewig. Porygon 2 macht gut Schaden. Das ist halt ein Graffel mit Porygon 2, das ist das Problem. Wir wollen Pokémon, die wir einfach töten können und viel KP dafür kriegen. Na, gibt's halt nicht. Sowas wie Senfe. Psychokinese in deiner Arzt. Habe ich eine Portion Senf bestellt? So, jetzt geht das doch mal ein bisschen voran. Schmutz-Schmutz. Jetzt kommt er, wo ich ihn jetzt nicht gebrauchen kann. Dotti! Dotti ist nur Kanonenfutter. Bitte versteht mein Verhalten mal nicht als Ablehnung. Aber... Wie nervig kann man denn sein, ey? Ich bin Porygon. Porygon 2. Also gehen wir jetzt rein. In die Höhle jetzt hier, oder was? Warum? Na, war hier in der Höhle irgendwo noch... Nein, nein, wir müssen nicht in die Höhle reingehen. Ich meinte einen, die top 4 natürlich. Ja, ist gerade ein bisschen schade, ne? Letztes Mal der... Spot... ... war halt echt gut mit den... ... mit dem Steinmenschen. Den Steinmenschen? Mhm. Wir hatten noch, als wir Silber gespielt haben. Diesen einen Spot, wo die ganze Zeit dieser Steinkohle aneinander war. Den wir immer wieder weghauen konnten. Boah, geil. Volltraber. Danke. Aber da haben wir auch hochgejagt, damit wir irgendwie welche Spezialverteidigung noch da und da hochkriegen und das war richtig krass. Hier habe ich es gerade versaut gehabt, ne? Vorhin. Weil du den Carbon mehr und sowas geben konntest, oder was meinst du? Ne, ähm, verschiedener Steine hat er nicht richtig ihn gekriegt. Ach so, das meinst du. So, jetzt kommen noch mal hier ein paar Pokémon. Abgangsbund. Aber diesmal sind echt wenig Pokémon von uns gestorben in diesem Spiel hier. Ja. Wie gesagt, das ging auch erst in Kanto los, ne? Also in Silber. Mit dem Sterben. Vor der Top 4 war da auch nicht viel. Ähm. Aber da sind uns ja, wo wir das letzte Mal gespielt haben, da sind uns ja komplett alle Pokémon manchmal aufs gegangen. Ja. Ja, das war auch nach der Top 4. Ja. Da konntest du dir dem, also dem Massensterben zugucken, wie deine Pokémon alle verreckt sind. Das war richtig hart, ja. Okay. Da musste man ziehen. Und dann immer so, naja gut, wir wollen jetzt mal neue Pokémon besorgen. Ja. Wie oft wir einfach nur leveln mussten. Einfach, wir haben manchmal vier Stunden gestreamt, nur level. Pokémon, über die zwei Stunden vorher noch gelacht wurde. Wie wohnen denn als die Eistlinger und Top-Nutsträger? Oh, kommst du ja öfter her? Ja, ja. Und das mussten wir denn schön unseren Zuschauern verkaufen, als wäre es die geilste Truppe der Welt. Ich weiß gar nicht, welcher Truppe wir die Top 4 besiegt haben, ich weiß nur noch, dass... Dottie war auf jeden Fall auch am Start und Dottie war auch level 100. Ja. Und Sonderpropon. Hatten wir nicht auch Despotar? Oder ist das gerade... Ach ne. Ach, jetzt bin ich verwirrt. Ups. Ups. Das hört man ja gern. Ups. Mach das letzte Worte. Den trau ich nicht überlegen. Ja. Warum nicht? Vielleicht dann vielleicht Konter. Hey, hey, hey. Hat das was abgezogen? Das hat mir gut abgezogen. Aber zu ihm nicht. Aja. Ups. Oh, das ist jetzt hier Gift. Wäre es ein Volltreffer gewesen, dann wäre schon wieder Schicht im Gelände. Naja, Killer Junior, wer ist das denn? so ein sechstes wasser pokémon ja bei ente ist auch unser einziges flanzen pokémon da spuckt jeder auch drauf ne wir haben ja noch eins ich bin wieder da gerade wäre fast killer junior gestorben woran was war los psychokinese von diesen legendären pokémon was jetzt die ganze zeit kommt er hatte noch 22 ap der war schon im tiefroten bereich und ich mache die falsche attacke aber eben gerade mal volltreffer gewesen nachfolger von den lieblings pokémon sie hat mir meine herzens da mal auch gemalt und das steht jetzt hier auf meinem schreibtisch den kann ich mir anklicken den quapuzzi den kleinen sträuch mein kater ist komplett retarded hat er jetzt gemacht ich habe hier lang gesportet und ich sitze in so einer kurzen jogginghose also bei psychokinese das ist schon wenn das volltreffer macht dann sieht es aber mal richtig gefährlich aus aber trotzdem lässt du dich immer wieder darauf ein ja weil es viele erfahrungspunkte ist halt risk reward wie man so schön sagt und irgendwann macht man volltreffer und unser dragotan ist tot ja ne kilian junior ist dann tot ja ich glaube ein volltreffer bei risiko deckel auch noch ja so jetzt wieder psychokinese erstmal rennen krass nochmal schön geneso ja sehr gut schutzschild weg schwupp wir machen mal auch den ep teiler wieder weg würde ich sagen kann man eigentlich nach dem ersten top 4 trainer einfach ein fluchtsaal ziehen und sagen uff das weiß ich gerade tatsächlich nicht also ich muss sagen dieses deoxys das ist schon heilige scheiße das greift mich immer zuerst an und wenn das dann psychokinese macht und das ein volltreffer ist dann gute nacht gute nacht marie sagen wir mal so wie es ist der prügelt mir auch viel schaden rein aber es gibt erfahrungspunkte wir machen was mit dioxys ich darf doch das glück mich herausfordern dann müssen wir uns verpauschen damit wer die erste attacke hat bis in den tot siehst du es war ein falltreffer aber wer ist auch auf kia ein falltreffer geworden die große frage ja warum hast du es nicht weil ich nicht wusste was wir jetzt in der tag ist er gefahren das hier platz in dein herz rein was machten wir immer für eine drecksattacke alter hinterzieht so viel ab das war ja jetzt wieder ein wilder ritt wenn sowas dieser zerschneider oder wie der heißt kann ein killer junior noch erlernen was zum beispiel erdbeben mega geil schön fitzer schneider warum flüchtesten du beim und hier immer weil ich nicht weiß ob der konter kann konnte gar das ist doch mal drago ran ran so jetzt wird er mit seinen eigenen waffen gefahren das ist doch das ist doch das ist doch das ist doch Wir müssten jetzt eigentlich unsere Entertainer-Qualitäten mal gezeigt werden, in solchen recht langweiligen Passagen. Langweilig? Ich bin ja kurz vorab, Nippel, die ganze Zeit. Ja, aber... Ja, stimmt schon. Eigentlich haben wir heute schon viel entdeckt. Die Frage ist, kann der Hornbohr oder so ein Quatsch? Ja, der wird schon was können, Masse, aber du musst doch mal ein bisschen riskieren. Bei der HOCO-Racke ist dann das Risiko nicht so. Ja, aber der hat davon fünf Stück und vier davon gehen daneben. Stimmt, unseren Nusskopf haben wir ja auch noch auf der Bank, oder? Wir haben einiges auf der Bank. Oh, Drago ran mal wieder. Quatsch. Das muss so schnell wie möglich weg. Jetzt sind alle tot. Worauf ich mich ja beim Leveln einlassen würde, ist, dass wir alle jetzt auf 50 ziehen, außer Dottie. Und uns dann halt noch ein sechstes von der Bank nehmen, das auch noch auf 50 knallen. Und dann reiten wir los. Das ist noch ein easy, easy Plan. Dann haben wir vielleicht ein, zwei, die Level 52 sind, oder so. Komm, eben am Mund hier kann man schon mal machen, Masse. Ich glaube sogar, dass Nusskopf Level 42 oder sowas war. Das ist korrekt. Wir haben ja auch noch immer dieses Level 45er Pokémon. Diesen coolen Raben. Den du so sehr liebst. Wenn du da jetzt ein Pokémon, äh, wenn du da jetzt, den hättest kämpfen lassen, wäre er weg gewesen. Du meinst ja, Drobo-Knopf wird mir nochmal zum Verhängnis? Ja. Du hättest so mir nichts, dir nichts Sachen machen. Oh, ich hab falsch gedrückt. Ja. Und dadurch ist jetzt die Pokémon weg. Zwar voller Liebe hochgezüchtet haben. Nein. Ich glaube, ich muss mal ins Pokémon Center. Weißt du was? Ich nehm einfach ein Fluchtseil. Mir egal. Diese Show-Kämpfe da, die willst du nicht machen, weil? Das ist doch langweilig. Also ja, ich kann mich erinnern, ich hab halbwegs Spaß da gehabt. Aber das will doch auch hier keiner sehen, dass ich Spaß hab. Also ja, ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern. Eigentlich die ganze Zeit. Weißt du, welches von unseren Pokémon findest du jetzt das stärkste? Der Weltallaufgade 50 werden. Ja? 50 mal. Ja, wird schon eins von den legendären sein, oder nicht? Dragothan. Genau, Dragothan ist ja nicht so stark wie ein legendäres Pokémon. also es ist schon stark aber stinkt halt ab gegen legendäres pokémon ein abstinker jetzt haben sie nochmal die pokémon komplett getauscht ja klar mach mir schön da paralyse rein gleich ne kleine beere erstmal so was denkt ihr denn was der stärkste ist ich hab auch zwischen den beiden legendären überlegt ne ich sag der chat soll immer schreiben was das stärkste unserer pokémon ist aber ich kann halt die das andere der pokémon auch gar nicht einschätzen ich bin so müde grad so müde so müde so müde so müde so müde ja bei mir ist auch wieder so mittagstief aber wir haben ja auch wir haben erst 1 30 so einschläfernd ja ich habe ja gestern auch bis in die nacht ein anderes pokémon spiel gespielt aber nicht bei twitch ne einfach so ganz heimlich für uns ja ach hier im pokémon stadium oder was oder was eine play unite meine perfekt genau das war's jetzt habt ja aber ich bin darin halt noch nicht so gut aber gestern sind wir schon gut rübergefahren oft das hat Spaß gemacht kleine Noobs im Pokémon weggeklatscht was gegen andere hat er da gespielt ja immer schön normale Spiele 5 gegen 5 oder 4 gegen 4 ist ganz witzig das ist auch ein kostenloses Spiel kann man sich mal gönnen kann man auch auf dem Handy kostenlos spielen zur Verfügung jedes Mal wenn wir Pokémon Unite zahlen kriegen wir Rabatte 3 Euro das dauert auch bis das hier sich mal levelt immer alles aber naja ich spring von level zu level zu level bis die top 4 kommt das liegt was er ja das Pokémon Pantywurst Pantywurst ich bin hässlicher Clown hast du Angst vor Clowns? jetzt stirb doch einfach meine Güte Marcel hörst du dir manchmal zu was du sagst na wär doch nicht verreckt das muss doch gehen jetzt hier der macht seine Erholung ey das was wirklich er hat schon Erholung in der ersten Runde gemacht noch ohne dich anzugreifen sagt er gleich okay die lutschen hier alle meine AP weg nach der Keule muss ich mir erstmal eine Erholung gönnen das ist doch scheiiiisse 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 ach das ist ja ähnelig Marcel muss flüchten dazu mal rupal vorsichtig pass auf klubber und tschüss Kollege komm einmal das Legendäre noch kann ich doch nochmal bekämpfen jetzt hier endlich das ist ja das ist es ja nicht aber das gibt es gute Kaffee erfahrungspunkte na die geben alle nicht so schlecht erfahrungspunkte so und was passiert jetzt nach dem Pokémon wie was soll passieren na weil du gesagt hast noch einmal das und dann was passiert dann ne das wollte ich haben da hätte ich das Pokémon gewechselt aber ich hab's schon eher gewechselt spannend oder ich dachte dann suchst du dir mal eine andere Route ne das ist der beste Ort den wir haben gerade aber ist ein bisschen eintöning ja das ist das tut mir leid das Spiel kein Wunder aber dann musst du halt mal was erzählen so was in Jena passiert also nicht dass das dein Wohnort ist aber alle Leute jetzt so Martin Jena ausrauben was hat der Vermögen keine Einträge ok hat der jetzt viel oder wenig Schulden ich kann die Schulden rauben ich kann die Schulden rauben also jetzt sein ach das Osa-Ring dagegen brauchst du nicht kämpfen das geht immer nur auf die Nerven Tengulis ist auch angenehm der macht nix gibt tausend Erfahrungspunkte ach hier Azumel geht nur auf die Nerven ciao na Marcel was soll das denn für eine gute Route sein hier der hat auch schon lange nicht mehr Psychoknese gemacht nervt doch nicht so Kollege ich denke was ist denn dein scheiß Problem man also die Folge hieß heute Genesung stehe ich überhaupt nicht drauf ich dachte auch hier Training stehe ich überhaupt nicht drauf eintöniges Training stehe ich überhaupt nicht drauf Kappels was wer bist du denn? der kann aber auf alle Fälle konter wenn ich zu drüber nachdenke Marcel ist richtig fixiert auf die Attacke Explosion und Konter das ist das Wichtigste Also wenn du bei den nächsten zwei Pokémon flüchtest, dann musst du mal eine neue Route suchen. Das ist die beste Route Mann So eins nur und dann musst du eine andere Route suchen Ich suche keine andere Route Na gut Die Route aber schon 67 dies Jahr Wir sind ja auch die wenigen Lieber Roller Alter, das hätte sich auch Kopf und Kragen kosten können Eine Kampfattacke gegen Flug-Pokémon Ja, ich meine jetzt nicht bei dem Pokémon Generell so Mit dem Gefühl her Was war das denn? Ach, bei Seba wird jetzt schon geflogen, gut Ja, das kostet mir nur wertvolle AP, die ich brauche Gegen den Kollegen hier Hier, wenn ich Pech habe, reißt schon wieder nicht Der macht aber auch keine Psychokinesen mehr So, der ist weggelutscht Der ist Der ist ausgelutscht Das wird Target Time Ich mach Ach, jetzt paralysiert er mich ständig Wir könnten natürlich auch nochmal in das Haus des Rätselmeisters gehen Ja So, der Abwechslung jetzt Na na, wenn wir fertig sind jetzt mit dem durchtrainieren Und wieder ins Pokémon Center müssen Genau, Tengulis, das muss die ganze Zeit kommen Schöner ihre Ass rauf prügeln Wie hast du das? Prügele ich auch rauf Na, sehe ich, ja So, hier können die Volltreffer? Den habe ich Angst Nee, gegen den habe ich Angst Gerade oft Die Leute wollen hier mal was sehen Und nicht immer nur Also ja, wir können den ein bisschen studieren Und gucken, was der für vier Attacken hat Dann Und wenn da keine Kein Konter dabei ist, dann Sage ich Ich sage, der mal probieren geht Überstudieren, Marcel Wie gegen dieses Eis-Pokémon, was Explosion kann Da kann man ja nochmal Glut einsetzen Zum Beispiel Bei Glurak? Ja, jetzt aber auch Du hast halt einfach nicht richtig beliebt So Und das ist halt, glaube ich, meistens mal das größere Problem So eine Explosion kann auch daneben gehen So Was kann der Kollege denn hier so Ich mache mal eine Drachenwut So, was hast du denn? Angebot Schlitzer Okay Was hast du noch? Ausdauer Ich werde schon mal zwei Attacken Was hast du noch? Gut Ausdauer und Schlitzer Das können wir uns ja mal merken, ne? Ich bin süß Hier eine Wand Die unsichtbar ist Oh Was hat er gemacht? Scheiße, jetzt habe ich Schluck Fede stand er auf alle Fälle Das hätte Konter sein können Kratz-Furier Okay Also Schlitzer Kratz-Furier Und Ausdauer Und irgendeine Attacke Die daneben ging Reicht mir schon wieder Ey Marcel In der Ehen Ja, sag du Hätte Konter überhaupt daneben gehen können Wir haben ihn ja die ganze Zeit angegriffen Ja, aber mit Drachenwut Das kann er nicht kontern Ne Machst du in der Ehenfolge Stromberg Da sagt Ernie Äh, ich bin ja asexuell Also unfreiwillig Ja Fand ich schon lustig Naja, muss man geguckt haben Kann man jetzt nicht so eine Haar zählen Martin, das Applausometer Das ist heute auch Eine schwierige Sache Wo zum Rätselhaus soll ich jetzt? Ich weiß nicht mehr, wo das war Hier? Ja, ich dachte auch Zwischen den beiden Städten, ja Ich möchte ganz viele Rätsel lösen Ach Muss ich ja hier Und alles Dem Fahrrad Hast du das Eierrad oder das andere? Kunstrad habe ich Das Kunstrad, ja Mit dem kannst du ja nicht den Streckentest machen Lauf Fahr Ist vielleicht auch besser, dass wir ihn nicht machen Die Streckentest machen Hast du trotzdem was gesagt? Ne Das war nix Die sind fast auch an der magischen 2 Stunden Grenze, ne? Heute machen wir mal XXL Boah, ich habe nichts gesehen Boah, ich habe nichts gesehen Ich glaube das andere Fenster wird es bestimmt wieder sein Da ist er Ja, ja, du quatschst immer das gleiche Aber das letzte Rätsel war echt hart, was wir hatten War auch das mit den Fragen Ach Das wäre ekelhaft Hat er uns komplett gemacht Gehen wir mal rin Sieht doch so, als hätten wir das schon mal gemacht Aber das macht er, hier läuft er souverän durch Na noch Ghulking Rasierblatt Auch nochmal Geld Das darf man auch nicht vergessen Die wir Mach doch jetzt mal Hau ihn jetzt mal um Ah, nee Aber er hat sich schon Mühe gegeben Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll Da dann Na, einfach mal durch Nicht immer nur fragen Sondern auch mal machen Wie schwer kann das sein Das ist für Kinder, dieses Spiel Huch Ich würde eigentlich Synthese machen Ich habe nicht aufgepasst Was er einsetzt Uiuiui Weg mit dem Pflanzen Guck mal Klar Junior Taucher Bitte tauchen Sie ab Das ist so traurig Das ist so Taucher Das ist Vorher ich denke mir so Taucher Und man denkt so Hier ist kein Wasser in der Nähe Taucher Ähm Okay Der könnte Surfer Hydro-Pumpe Alles so Aber nein Er kriegt Taucher Das ist wirklich schlecht Äh Meinst du die beste Wasser Ach, jetzt kriege ich die ganzen Briefe wieder Die beste Wasserattacke Die braucht schon zwei Züge Äh, aber die ganze Zeit Schaufler ist so geil Äh Du musst dich mal entscheiden 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 Der Witz wird auch nie alt Halt 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 Man ist ver... Leider hier, ne? Ne, doch nicht Doch Äh Eieieieiei Komplett verbaselt hier Nein Jetzt haben wir uns verfranst Warte mal, kommst du da oben nicht ran, dass du den irgendwie bewegst? Glipp ich muss das hier den Raum nochmal neu öffnen Weil... Ne, jetzt hättest du hier durchlaufen Ja, ne Laufen wir mal runter Nach rechts 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 Na, geh da raus Ne, schieb den einfach mal eins hoch und dann läufst du trotzdem wieder da ran Genau Oder? Wollt das hin? Macht das Sinn? Vielleicht komm dann nicht mehr zurück Boah, dann musst du den auch zurückklappen, den anderen Na Ich spür So, jetzt wieder Jetzt wieder was, ey Nein Oben Oder? Dein Kopf Oben lang Perfekt Ja, aber jetzt so viele Köche verderben doch Nein Nein Ja, sicher Geht er wieder nach unten Biip Boah Mynthese Hör sicher Starke Alles klar Milotic Warum setzt denn du ein Wasser Pokémon ein? Regentanz Ich mag den Regen Ich mag den Regen Ist schon krass, ne? Ist 10 Doppel unter dir und hält ein Rasierblatt aus, ist schon gut Ja, ist halt wie so ein Garadas, ne? Siehst doch gar kein Garadas Siehst doch gar kein Garadas Nicht mal, ist doch gar kein Drachentokémon Okay, geheime Code auswendig, sehr gut Also ich Gemerkt alles Sieh sich So, du konntest da einfach nach links gehen Nein, warum? Oben Kannst du da nicht einfach auch nach links gehen? Oben Ich komm doch nicht weg Doch Ich komm doch da nicht nach oben, ach doch Ich komm doch nicht weg Ja, sicher Easy peasy Du musst oben dann ruhig Gewillt mir So So, jetzt gib mir aber mal ordentlich was Hab' die ganze Nacht gebraucht Magnet Verstärte Elektroattacken oder so ein Quatsch Gangenweise Noch hast du nicht gewonnen, ok Hat immer noch was Was will denn der noch von uns sehen? Die haben ja jetzt schon fünfmal seinen Oder zehnmal seinen Keller da unten aufgeräumt No Ich weiß auch nicht Die Frage ist, hab ich noch genug Platz für noch'n Für noch'n Dings Ich glaub ich geh nochmal Was macht denn der Magnet nun? Ich glaub der verstärkt Elektroattacken Was macht Glitzerbrief? Mein Inventar zu Müll Ja, verstärkt Elektroattacken Wiss du das? Wiss ich nicht, die Briefe sind komplett Ich weiß, ist das ein Online-Ding? Ich hab' keine Ahnung, das ist Quatsch Auf alle Fälle Die musst du jemanden geben Auf alle Fälle ganz großer Quatsch Und dann legen ab In die Briefbox Ab und in den Müll Sonderpompoms Sonderpompoms Äh, griezi, griezi Hallo Hallo Das hat ja lange gedauert Ja, ich muss nebenbei hier aufräumen 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 Müsste ich ja nicht auch so sehr Was mich so ein bisschen irritiert hat Ich dachte wir, äh Ich dachte wir Gehen heute in die Top 4 Hat doch keiner gesagt Keiner gesagt Heißt das Stream nicht Vorbereitung auf die Top 4? Ja, deswegen dachte ich ja Vorbereitung auf die Top 4 ist doch nicht Dass man den Krieg anfängt Seht die Vorbereitung ist ja der Tag davor Das ist jetzt ein, äh Oh na? Ja Aber nächstes Mal fängst du dafür dann gleich mit Übertriebenen Top 4 Gehabe an Und wann ist das nächste Mal? Montags Geht's ja auch von uns immer Montags Immer Montags Nur Muss ich ja so lange war's Na Marcel hatte halt überlegt Und ich finde man kann's auch nochmal live ansprechen Ein 24 Stunden Stream zu machen Alter Aber da meinte er auch Dass es ganz schön krass sein könnte Und dann haben wir überlegt Ob wir da erstmal so ein Was wie ein Weiß ich nicht So ein 20 Stunden Stream machen Um mal rein zu kommen Wollen gleich mit nem 20 Stunden Stream anfangen So ganz ruhig einfach Würd ich sagen Jetzt könnten wir so noch streamen Ne 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 Ja ne Marcel hat halt in letzter Zeit Nämich manchmal Problem mit dem Einschlafen Und da dachten wir Wenn wir halt mal einen Tag durchzocken würden Dann könnten wir das quasi mal ein bisschen so bekämpfen Und resetten Ja Ey du was du hier öffentlich redest ist wirklich Geht auf keine Kur Was denn? Ja Finde ich gut Wir haben auch Ich habe mich verfranst Auf jeden Fall Ich würde das schön finden Wenn ihr noch mal streamen könntet Und damit wir nicht mit Pokémon durch sind Damit werde ich die Zeit für Grandia haben Und Top 4 finde ich schon cool Vor allen Dingen 24 Stunden streamen und Hier dann so nach 3 Stunden Na ich bin erstmal raus Und dann Marcel 21 Stunden alleine da Am durchbringen Hat ja eigentlich ganz gut geklappt Marcel oder? Ja na ich würde ihn natürlich begleiten Aber ich meine wir sind ja auch alle da Sondern man könnte ihn halt immer Mal 3 Stunden mit jedem Mal Ich habe Streamer gesehen die das gemacht haben Und die haben es bereut Ich weiß nicht ob das jetzt die beste Idee ist Und 24 Stunden streamen ehrlich gesagt Man es gab Leute die haben eine Woche durchgestreamt Manche Leute haben auch die Ehe bereut Und trotzdem möchtest du heiraten Was ist da los? Stimmt Habe ich ganz vergessen Dass ich das wollte Naja Ach immer können wir doch Top 4 schon mal probieren Immer könnten wir den 24 Stunden streamen machen Wenigstens halt 12 Wasser entscheide dich Entweder jetzt Top 4 oder jetzt 24 Stunden Eins von meinem wird es sein Die Fans wollen das so Ich bin erstmal raus Die sind halt doch komplett Baller Baller Achso das ist ein Teleporter das weiß ich doch nicht Kann ich hier wieder zurück? Was ist da los? Aber wir haben es ja alles jetzt gut voreingestellt Da kann jetzt nichts mehr schief gehen Okay Vielleicht Muss ich woanders lang Ja Ich hoffe das Gut ich räume jetzt weiter auf Schaue ich aber weiter zu Tschüss 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 Genau nach oben hier Perfektor Jetzt ganz oben rechts oder? Ganz oben rechts Geht hier noch was? Geht hier noch was? Ich glaube das habe ich schon gedrückt hier Aber das ist gar nicht was du benutzt Du willst noch Aber da war ich noch nicht da unten Ja okay doch Bestimmt du hast recht ja Dann Nach unten Ah da habe ich doch noch ein Item gesehen Und einen Trainer und alles Das war doch alles Na hier Ja Das ist ein Item Und ein Trainer Du wärst weit hochgekommen wenn du nach oben gegangen wärst glaube ich Aber du hast ja auch mit Trainerin sein Und wieder am Anfang Da wo ich ja eigentlich hin wollte Wie schlimm Ja da wollte ich ja sowieso hin So wie Genau da Bis dann auch mal Ja Naja Schau einmal nach oben Entspannt Machen wir das hier Ja seh ich hier Immer am gleichen Ort herumgeistern Das bringt Glück Also Unglück Oh oh Was ist das? Was ist das? Wie süße Pokémon Ach das findet da wieder süß auch immer Na das hat die gleiche Farbe wie Dragonia Hm Ich weiß jetzt nicht ob das genau die gleiche Farbe ist Doch das ist Dragonia Blau Ich glaube Dragonia Blau ist ein bisschen dunkler Aber von mir aus du kennst dich da besser aus Ich habe den Jena Ost Fan Club von Dragonia Okay Man trifft sich einmal im Monat Kommt vorbei So Ach warum sammle ich diese Items hier ein? Das ist immer so Drecksbrief So jetzt ging das Nach da Das sollte ja jetzt eigentlich dann Klar sein Ja aber das bringt mir doch auch nichts Eins hoch und dann zwei nach links Eins hoch und dann zwei nach links oder? Hier? Ne Ne nicht da glaube ich Ich glaube auf der linken Seite oder? Ist das nochmal noch links? Ist es das nicht? Ist das nicht der Weg zum Glück? Komplett durchgereicht Wo muss ich jetzt hin? An die Tür Marcel Ja Das sollte ja eigentlich klar sein Aber Nein Ach das ist Achso Eieieiei Wir waren ja schon da quasi Jetzt Ich spüre es So Hier Hier das ist auch klar Ach jetzt muss ich ja wieder Ne Hä? Hä? Bin ich Bin ich Komplett Banane So jetzt Lass mich mal machen Und dann so Fehler machen Ja So Und jetzt aufpassen Richtig Richtiger Schritt Hier musst du aufpassen Und dann machst du Sinn So Und dann bist du da Und dann bist du wieder da Ruhig Hier eigentlich Nicht hinweilen Da war ich es wieder Easy entspannt Läuft doch gut oder nicht? Ja läuft gut wieder am Anfang So jetzt Jetzt spür es Wartet So den hier Ja das ist klar Das sollte ja mittlerweile klar sein Das müssen wir eigentlich alle jetzt wissen So hier jetzt war doch Hier genau Hier hoch So So Und jetzt Das was Kian gesagt hat Hier lang Es gab's Was Kian gesagt hat Aber ich hab's gesagt Na klar Oh Ich glaube der Sieger wird der erste Gewinner an diesem Ort überhaupt sein Überhaupt sein Überhaupt sein Überhaupt Osaring Level 40 Das ging mir schon die ganze Zeit auf den Nerven 8 Das hat eh Genesung ne Also Erholung wollte ich sagen Oder vielleicht doch nicht Tschüss Gzatu 150kp schon Gzatu 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 Was machen wir denn da jetzt? Eioas Eioas Na warum nicht? Wunschtraum Tschüss Gzatu 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 Ich hab den ganzen Nachgebrauch Du bist meiner Größe ebenwürdig Gut Du hast dir diese Belohnung verdient AP plus Geil AP top Sehr gut Komm wieder wenn ich Ok Oder auch nicht Wie Der hat noch mehr? Ja Noch mehr in petto Aber wahrscheinlich erst mal der top vier oder? So, die Zwei-Stunden-Magische-Grenze ist geknackt auch ne das heißt sollten jetzt schluss machen jetzt war gerade wieder wach geworden sind ja ich bin der hat nichts mehr nix gar nichts sagen in unsere pokémon dieses ist halt noch weit entfernt von level 50 das ist sicher nicht mal am horizont na klar na klar weit weg dann werden jetzt sonderbomben gegeben kommen die sind alle mindestens 45 das ist schon gut außer deutlich natürlich gehen wir jetzt in die pokolie rein ja aber siegestraße um noch mal ein bisschen zu leveln ja komm eine runde machen wir noch obwohl das gewicht hier eigentlich keine rolle spielen sollte wenn du mal eben eine fette blauer body shaming werde ab ich habe doch gesagt das gewicht sollte keine rolle spielen rolle da stehen die rolle ist ja auch nicht mit dem gewichter mann jetzt kommen weg deres pokémon bin ich ein komischer clown so bei dem kreuzig ausdauer ausdauer ok da stand grad konterschlug viel stand natürlich konnte ich habe es gelesen so richtig ich habe es nicht gesehen hat so angst naja da war ich in der attacke das überlebt mit einem kp und macht mich tot das ist wie bei mir und gewitter er war es auch geflüchtet bei gewitter das kann sie auch mal verpissen hat zu merrill ich weiß immer noch nicht was das scheinwerfer ding für den angriff war was macht das nochmal das ist wie psychokinese nur schwächer und warum ist es nur fünfmal da das will sie auch nicht weil es arrogant ist ach und weil es seinen angriff steigern kann oder sowas ne ich denke ich kann die spezialdings denken vom gegner angriff verstärken verteidigung senken das ist doch das gleiche aber wie gesagt das kann psychokinese auch also es ist genauso wie psychokinese nur schlechter also nicht genauso ist genau das gleiche wie psychokinese also schlechter also schlechter komm sepa 42 hätte man schon mal mitnehmen können ja komm, das ist schon mal kurz vor 50 ein bisschen haben wir noch ich sag mal so es ist ein berg der so langsam am horizont also wenn wir so die augen zu kneif auf jeden fall bist du da mehr dran als an der 10 den berg sieht man lang nicht mehr jetzt kommt hier taubsee das nur nie gesehen ich will auch mitmachen weg taubsee wir haben jetzt keine zeit für dich ausschließlich ich habe keine ap mehr sie und seit drei getan schon noch ob es gehen die dicken geschütze kann auch mal wieder kommen nee du bist zwar dickes geschütz aber du bist mir zu dick oder jetzt wieder und dann wieder das hallo ich bin ein trauriger clown das ist eine pantomimische stimmt ja in derzeit rüber kann auch mal da kommt doch dieses ab jetzt auf einmal bodyguard nähe würde ich nicht machen auras tschüss dann sind wir doch wieder auf der spur jetzt auras noch mal ach du schwein was hatten wir gemacht gleich wieder angst tschüss war das eine normale psychokinese dann bin ich ehrlich verstehe ich die angst von martin heidewitzger sein problem schon wieder stehe ich überhaupt nicht drauf an kämpf gegen den mach mal drachenwut drachenwut was soll ich drachenwut jetzt machen wenn sowas drachenwut macht nix geht wieso kann man verliebt in der attacke sein nichts würde ich jetzt nicht sagen immerhin 40 sepa ey äh komm mach mal den kopf zu ja genau hol deinen großen bruder tenguldes den brauche ich den schick mir mal her die ganze zeit den würde ich mir mal noch mal genauer angucken der cool ist gib mir deine tausende so wir machen was ich habe jetzt doch angst vor dem muss ich sagen den stoß den stoß so genau den brauchen wir hey roas gib mir das saftige level ey na gut jetzt verstehe ich warum jonathan dachte wir sind top 4 weil wir den stream genannt haben top 4 ist ja wie nah hier büro ja und abzudrehen haben wir uns umentschieden ich finde gut dass wir jetzt so viel level wie es geht ja finde ich auch damit wir nächstes mal nicht mit leveln wie es geht anfangen müssen mir ist wahrscheinlich auch wollen wir das wahrscheinlich auch machen werden Marcel was hast du denn dir überlegt für das sechste pokémon ich habe mir gar nichts überlegt ich glaube es fallen ja wirklich nur drei pokémon rein oder warum nur drei ist eine cro cro oder warum nur drei keine ahnung weil mir nur drei einfallen ach so fallen dir mehr als drei ein ja wir haben eine ganze box voll box voll box voll also croco ja auf jeden fall dann eventuell dieses level 45er pokémon einfach weil es schon level 45 ist ne ja das auf gar keinen fall das auf gar keinen fall sagst du das ist schwach und dann ist halt Nusskopf noch am start das waren so die die mir eingefallen sind ich weiß nicht weil sowas wie ein dickes slimeock oder sowas nimmst du ja auch nicht mit oder ich nehm noch kein stück dreck mit ah jo das ist halt in einem ball so das geht schon noch Psystrahl alter das war schon wild aber Marcel sieht das hier gar nicht mehr mit dem turbo knopf wie die haarscharfe von der todesklippe gesprungen ist oder wie das heißt todesklippe also dem tod ach versteht ihr wieder nicht dem tod sie das gold vor den augen genommen verstehen sie ne das sieht wieder keiner warte und was du gesagt hast geht wieder keiner nicht mal du selbst siehst das nö ich habe es gar nicht gesehen wir haben sonst gefühlt auch sonst nur wasser pokémon haben wir noch ein geiles also wir haben mann mal zwei pokémon wir hatten doch glaube ich noch sogar ein geiles feuer pokémon gefangen oder haben wir nicht diese riesige schildkröte da irgendwie diese feuerschildkröte das haben wir auf alle fälle aber das macht ihn glücklich er das gegenteil ist traurig aber wirzen im top 4 kampfstand halten ist auch alleine muss kämpfen marcel wann haben wir denn wann planen wir denn nun diesen zwölf stunden stream damit die fans jetzt auch live vor ort wissen ich sag ja nix womit man mich hier festen angekratten clip abspielt du hast es ja hier gesagt beweist vor allen dingen sind wir nach vier stunden auch fertig mit pokémon dann na ja na aber ich aber noch acht stunden naja das wird was man denn c ist grandia 2 werden dann dann für die veränderung hat die top pro danke hat sich irgendwas verändert ja wurde mir angesagt hello welcome in our channel your family ja wenn ich hier level das langweiligste was man machen kann kommt jemand dazu hast du das jetzt ach so du hast gesagt danke für die veränderung ich dachte schon derjenige schätzt das einfach auch dass wir jetzt so kurz beim top 4 stehen ich dachte wieder das war jetzt weil der ach egal ist es dir wieder nicht zugehört bitte versteht mein verhältnis zeichen der ablegung so wie sieht es denn jetzt aus immer noch schlecht so der hat auch keine ap mehr und ich habe keinen dings mehr scheiße obwohl es ist ja gleich hier ich komme schnell raus sicher reibt mal in den chat rein soll marcel bald eine zwölf stunden stream machen ich mache doch kein zwölf stunden stream man warum nicht weil es einfach eine dumme idee ist was soll ich dazu jetzt sagen film hat das auch schon mal gemacht ja aber auch mit die leute wollen dich auch kennenlernen so also das weiß ich nicht stimmt die schlafen so nachts sehr unruhig ich muss marcel kennenlernen ich den ich kennenlerne dann ja hab ich nicht gelebt ja weißt du wie viele mehr von dir sehen wie viele einschlafstunden man mit so einem zwölf stunden stream füllen könnte ey das muss denn auch durch konzipiert werden ja na was denn dafür sind wir doch da so wie die streams hier auch du gibst das go und wir treffen uns eine stunde vorher und wir planen das alles perfekt und wie ich schon wieder drauf eingehen mit so nem quatsch schlimm weil du eigentlich auch lust drauf hast so es ist stimmt eigentlich auch vor allem die zwölf stunden haben dich echt auch schon so wo du sagst oh ja zwölf stunden das geht eigentlich voll klar das sind nur die hälfte und dann können wir danach auch den 24 stunden stream anstrengen gleich danach ja in dem zwölf stunden stream kündigen wir den 24 stunden stream am ende ja es war so eine gute idee danke dass ihr mir da den kopf nochmal gewaschen habt das ist ein ganz neuer mensch da muss es dann diese woche unbedingt noch sein neee doch schon kann noch anfangen also kann nächsten montag auch sein ne aber ich muss ab nächste woche montag bin ich wieder hardcore arbeiten na gut das ist natürlich gift sowas kennen wir ja gar nicht mehr martin diese woche noch frei machen wir arbeiten machen wir mal schön von um 12 bis 24 uhr können wir richtig ruhig schlafen gehen wir müssten denn auch viele pausen und so machen wirklich müsste ich jetzt auch mal langsam eine pause machen auch kreide schrei ja das ist ja kian hier ach so ich kann nichts aufgeben für kreieschrei klar taucher macht taucher weg was kann taucher nicht weg machen mein einziger wassertag auch mit den äh hier was wenn dann die schlitzer ne aber überlege mal kreieschrei und dann voll treffer mit schlitzer wisst ihr wie viel schaden das drückt haben wir noch andere unlicht attacken ja das ist halt die sache ja das da sagst du schon was guck mal voll treffer macht dann 140 und wenn du dann noch kreieschrei wo du zweimal die verteidigung von dem gegner runter drückst du lutsch die kp weg von dem gegner aber ja ist halt auch ein bisschen langsam die strategie ne aber kannst du halt auch zweimal eingreifen in der zeit ja andererseits muss man sagen wir haben ja zerschneider was halt ähnlich wie schlitzer es ist nur halt kein falltrefferquote ne kannst du zerschneider einfach weg machen ne eben ich kann nur biss oder schlitzer weg machen von denen wir hatten schon mal diese kreieschreich strategie kelan falls du dich daran erinnern kannst ja es hat gut alles weggezwirbelt okay wir haben es anders in erinnerung aber ja hä dieses niebel dieses unlicht pokémon ah es ist uns gestorben naja es ist uns gestorben ja aber weil wir nicht aufgepasst haben und weil es auch schlechte verteidigung hat aber ich glaub war da nicht auch was dass kian junior auch noch drachentanz oder sowas erlernt mir war so dass du irgendwas gesagt hast ich kann nochmal reingucken auf level 53 also wenn es drachentanz erlernt würde ich schlitzer nicht weg machen ich muss reingucken dritte generation dritte generation er lernt nur nochmal hydropumpe auf level 58 kreideschrei ist das letzte was es erlernt also vorletzte ach es fühlt sich wie ein fehler an aber ich mach mal schlitzer weg wir haben ja herzschuppe zur not kann ja auch erdbebensmutiger lernen pokémon testen wir gleich mal ach du schwein blubststrahl gegen den wasser pokémon wie dumm kann man sein er hat uns halb die kp weg gelutscht hat jetzt nicht so viel gebracht wie ich erhofft hatte ehrlich gesagt kann ich das nochmal rückgängig machen das war ein riesengroßen fehler ja wir bringen es einfach erdbeben bei und dann verlernt der kreideschrei damit wirklich fixiert kann man auf ne attacke sein ey ich liebe die attacke vor allem auch in einem edlen doppelkampf so weißt du dann nimmst du den flug pokémon mit rein machst erdbeben bam ach so kann es sein dass bis gar keine gar keinen gar nicht auf die verteidigung geht auf die spezialverteidigung weil ich habe jetzt zwei schneider gemacht und das war weglutschung 2 guck jetzt mach ich zwei schneider kommt nur noch grad zu merkel oder was und zwar direkt in unsere herzen rein ich bin patsch hallo was ist hier eigentlich schon wieder doch ach so ich war erst im pokémon center ja ja sicher ich bin azubarill azubarill ach so das ist ja mensch da müsst ihr mir auch mal helfen das ist doch ein unlicht pokémon wenn ich doch gerne psycho attacke drauf machen psycho ach was für ein ball kommt das ja eigentlich immer das sieht ganz schön krass aus tja es wäre auch traurig wenn uns das noch weg stoppt das haben wir mit dem meisterball gefangen das wäre wirklich laut ja und jetzt ist es weg ach genau ey quappo ey hau ab mit einem kp ey wirklich aber es macht relativ schnell level ne ja crow crow wo ist der heute eigentlich wer ist mike crow mike crow mike crow 90 follower schon bei xesia relikte ey pass auf marcel wenn wir 100 follower haben musst du den zwölf stunden stream machen also warten wir drei jahre oder was seit wann gibt es den channel hier weiß ich nicht 219 naja schon 90 follower das heißt noch ein halbes jahr und dann kommt der zwölf stunden stream kommt aber mal einiges auf und zu wenn du dir überlegst 90 leute kriegen hier so eine e-mail dass wir grad live sind und davon gucken wie viel grad zu 2 davon ist die hälfte meine familie achso was denn ich bin so stolz auf dich wie du das auch immer mit diesem selbst die gucken digimon machst hast du die grad leute grad beleidigt deine familie da gucken nur zwei leute zu naja aber wenn du dir überlegst 90 leute kriegen diese mail dass wir hier streamen und zwei gucken zu das ist ja schon traurig vielleicht gucken wir mal rein dann sind achtest du es wieder der durchgepeitschte und dann chatten sie nicht mal mit uns eins in den chat ich fühlts respektlos was hat denn das gebracht dass wir alle die hier als frau auch mal gezeigt haben hat viel gebracht halb nackt also nicht weil sie eine frau ist sondern weil sie auch eine tolle persönlichkeit ist ne ja komm ok ja gut es ist also du stehst hier mit ihr in engeren kontakt von daher ist das glaube ich angebracht angebracht wie heißt das wort wenn man es einmal näher kennenlernen nein wir lässt er jetzt nicht über andere leute kollegen die ist doch im ausland jetzt ich kann doch den wie ich jetzt will die hört es doch gar nicht die kriegt auch grad die mail und so guck jetzt hier alles die ist schon weg ja ja sie ist ja vorgestern weg uiuiui dann sind die beiden in der nacht und nebelaktion nochmal zu mir gekommen warte dann kommst du doch die die woche noch mal rum oder nicht ich fahr am wochenende erst mal nach dresden wahrscheinlich na ist doch perfekt kommst donnerstag freitag rum hallo ich soll dann arbeiten gehen und alles ja der staat will wieder bis ich ran muss ne anneli will das nein das will nicht anneli ey wenn die das hört die wird zu sauer du kuschst ja ganz schön wa naja naja ist schon ganz schön dass bei doppelt hier hingen worden mann osaring keiner will dich entschuldigung ich wollte die gute laune nicht kaputt machen aber osaring mann du nervst das hat schon ne zielscheibe auf seinem bord das ist ja das heißt osaring das heißt osaring nicht osaring ich muss hier die hülle nochmal resetten hier 3,1415 wo steht die jackie noch big pie mathelehrer du würdest das nennen wenn du es fangen würdest fangen wir nicht sogar ins eicom ich ne 3,145 achso guck mal jetzt wo wir im center sind können wir auch nochmal gucken was unser pokémon noch sein könnte noch ins team holen ich glaube da sind einige kandidaten dabei das ist so ganz großspurig wie ich sie nenne b-ware nee warte pokémon bewegen das ist wichtig wir haben die box b-ware guck mal das ist hier die das können wir alles nehmen quatsch quatsch ist eigentlich nicht schlecht aber finde ich jetzt auch nicht so cool das ist theoretisch auch möglich nasenfrau das heißt trottel wir haben es trottel genannt das äh dingste die du gegen magma magma die du gegen auch wir haben unseren erzfeind sogar auch rasav quatschow ist natürlich auch eine option falls impagator stürmt ich habe richtig bock auf sich welches level hat er naja 26 da ist noch einiges zu überbrücken mit entertainment was können ja und ansonsten ist hier er so achso stimmt den kollegen haben wir noch das ist jetzt die box mau das ist eigentlich das ist einiges ja und halt den kollegen ne eigentlich würde der oder halt äh ja eigentlich würde der am meisten Sinn machen weil er schon gut gelevelt ist was ist mit kriegel 34 so chat ihr müsst jetzt mal abstimmen wollen davon von diesen ganzen zuschauern das ist die hälfte sind wir also wer so ein abstimmen von drei leuten sind zwei wir also die hälfte ungefähr ich glaube ich habe auch gerade noch zehn sehr leute geöffnet ja da ist so drei seite sind wir und jonathan der aufräumt der aufräumer aber heute hat sich auch was verändert so also ich weiß nicht wir haben so muss erfüllt können wir eigentlich einpacken jetzt rosa regen eigentlich so sagen nicht so problematisch aber die erholung geht mir halt richtig auf die nerven das erholt mich eher weniger muss ich sagen das macht mich eher aggressiv die erholung panty moss zugabe da kriegst du noch mal rein dieses mal sicher ist auch von strombergner sicher sich lohnt wie viel da noch einfach in dem sprach habitus drittes wenn es nicht merkt schlimm der selber auch nicht der christoph maria hat er gesagt übrigens der markus maria profitlich ne parkinson deswegen hat man den auch lange nicht mehr gesehen und jetzt spricht aber darüber ich habe parkinson wird sich das auf ihr leben aus parkinson nicht zu spaßen mit gar nicht wissen was das eigentlich aber ich hab's glaubt mir leute endlich mal wieder technik ist tankulist entschädigt hier vieles kommen gleich noch mal tankulist oder so kann ja sagen auch einfach in den schatten stellen parkinson na gut du bist die ganze woche hier ne falls noch mal so ein guter witz kommt dann das wird ihn nicht verpassen ich trainiere eigentlich schon sehr gerne muss ich sagen so sinnlos grinden so tisch ist schon meins rosa regen mensch den macht den jetzt mal wieder weg wenn der wiederkommt du meinst du bist eine exzente statuieren bis die anderen rosa ring dann sehen oh der macht keine halben sachen jetzt auf immer du rechnest mit mensch der rosa ring jetzt wir beide gucken uns jetzt noch mal genauer an so und weg ist da nur wenn der erholung macht dann macht man vergibt man so viel ap aus das ist halt das problem das ist aber auch meckern auf ganz hohem niveau hier guck mal der macht so einen schlitzer quatsch und alles ja gut das war jetzt nicht so schön der drückt halt auch gute dämmel schreiben kommt mir jetzt hier wohl nur nachher level 50 weg weg und jetzt sehen die anderen level die anderen pokémon level 50 da muss ich jetzt dran dran hier ist doch scheiße weg ja das problem ist der hat halt wenig angriff und guck wir gucken uns das erst mal an sieht man die werte weg bist du bescheuert hier scheinen ich brauche also ganz ehrlich drachentanz ist für das pokémon das schlechteste was es gibt hat ganz wenig angriff aber guck mal scheinwerfer wir haben schon eine andere psychoattacke und fünf mal kann das das trotzdem okay dann werden wir mit drachentanz schneller du hast gesagt scheinwerfer ist ein schlechtes psychokinese ja so aber trotzdem ist es nicht der macht das macht nichts für uns wenn das dran der lernte ja sofort aber der hat ist der hat mehr spezial angriff als angriff bitte man weiß nichts über stark und genauigkeit naja möchte ich halt ich bin halt schon ja dann der hat doch keine physischen obte bringen ich kreide schrei brei weiß was eine sache machen ja aber guck mal jetzt reicht es mir langsam bericht guck mal der hat angriff 130 ja seht ihr das alle viel und jetzt sehen wir mal den kollegen wo ist denn der der hier angriff spezial angriff 152 und 136 richtig und er hat ja aber er hat keine er hat keine er hat zu chinesisch spezial angriff feuer oder im spezial angriff scheinwerfer spezial angriff er hat keine physische attacke richtig richtig schlechte werte hat er auf jeden fall das ist ein legendäres pokémon mann das macht er nicht für sich zu ärgern so ist leider so aber jetzt kommen die pokémon endlich alle auf 50 das macht mir schon mal froh also masselt stärkste attacke ist flucht hättest jetzt gehen kreideschrei gebraucht dafür haben gerade übrigens bei dragorane guckt er lernt noch drei weitere attacken auf höherem level auf 55 61 und 75 flügelschlag er lernt auf 55 und auf 61 wutanfall also ich würde schon noch flügel schlack mitnehmen bevor ich in die top 4 gehe ich weiß gar nicht ob flügel schlack so wichtig ist seine flug wir haben aber ihr rost ja seit einer flugattacke mit 60 stärke 60 ist halt eigentlich quatsch So das läuft doch hier langsam naja gut dann machen wir noch aber hier oben ist es prinzipiell genauso stark ich bin mal ganz kurz raus der ist die ganze zeit weg na warum gehst du nicht mal nach links marcel weiter nichts wo unten oder oben unten weiß ich nicht weil das so anstrengend ist pokémon flucht wie heißt denn das spiel heißt es flucht oder ist es hier pokémon jetzt noch schlimmer ist doch komisch hier nach links zu gehen finde ich nicht gut sogar schön wie das hier langsam läuft wie wie soll ich gehen so wie ich jetzt gerade gehe oder anders wie du möchtest was aber mal ein bisschen abwechslung ja haben wir in der mann braucht definitiv abwechslung kann sich die ganze zeit da also oder was weil das ist ja immer das gleiche und immer die gleichen drei pokémon und da wird die veränderung sich gleich wieder zurück verändern wenn das so weitergeht ich habe aus dem falschen knopf gedrückt muss wieder deabonnieren also quappo ist hier bei ente nicht schlecht können wir da kann der öfter kommen tengulist hat sie auch komplett verabschiedet war hier zu machen da auch immer reihe nicht packen aber die anderen pokémon doch mal auf mit deinen komischen quatsch attacken das war jetzt gift weil ich würde sagen okay ich vergifte das einfach und dann geht es schon weg aber das problem ist dass das ja erholung macht und dann löst es die vergiftung auf verstehen sie bist du noch bei mir ja tengulist mal wieder ja aber der ist jetzt gegen ende ist jetzt gar nicht mehr so gut da kann der wälder pokémon der bruder auch wir brauchen die wasser pokémon ich will oder ring dein alter freund hallo hat die boys killer juniors gestorben das wäre richtig schön ich möchte nur sagen ich muss leider in fünf minuten hier die galge einpacken auf jeden mal level 49 wie schön jetzt wird das alles hier gut kommen und jetzt noch ein paar wasser pokémon hier also marcel wann der 24 stunden stream ich würde sagen das bereden wir einfach nochmal im privaten bereich ich denke zwölf öffentlichen bereich ich denke wahrscheinlich wäre mittwoch am besten oder ich würde sagen wir besprechen das einfach nochmal im privaten bereich mittwoch von um 12 bis 24 uhr das klingt doch geil ich weiß gar nicht ob das so geil klingt wir können auch um 11 anfangen bis 23 uhr fertig ich hätte bock aber morgen nämlich noch haben wir mich morgen noch um vorzubereiten also dass wir uns ein halbes stündchen wäre ich dabei wir müssten auch noch gucken was wir spielen etc pp naja das ist doch klar also die fans wollen pokémon noch sehen so da haben wir auch noch bestimmt 3-4 stunden die wir hier machen können und dann pokémon unite dann ist pokémon unite natürlich im rennen was ich natürlich richtig richtig feiern würde ist wenn wir ein bisschen das elektroballspiel spielen könnten aus der silberedition ich weiß nicht ob das überhaupt möglich ist das leider nicht genau ich dann noch mal subnautica subnautica feiere ich auch subnautica feiere ich auch grandia 2 wäre natürlich auch was marcells dota comeback wird gefeiert ich würde auch mit marcell eine runde dota spielen ganz klar vielleicht kriege ich sogar ein 5er stack hin oder marcell macht ein pen and paper ja ne ich fand die von von sohne spaß die von jonathan man richtig gut aber die von marcell so als erzähl ich hab auch schon mal gemeistert sehr sicher marcell über macht fünf figuren spielt marcell alle selber also über ich mich natürlich freuen würde marcell wenn wir wenn wir das bayern auspacken könnten aber ja dann werden wir doch in 24 stunden stream draus machen müssen ich sag mal so es wird viel geredet aber wenig gesagt gerade muss ich ganz ehrlich sagen das verstehe ich nicht wie viele stunden haben wir jetzt schon drei naja kurz davor man merkt ja gar nicht es ist 1936 deine freundin ist irgendwo und freuen sich wie lange ist denn deine hübsche unterwegs ein halbes jahr und bis 30 das kann ich jetzt nicht sagen dann kommen hier so eine stalker oder so und dann was was wolltest du sagen du passt auch die wohnung in der zeit auf auf die wg die zieht da nicht mehr ein die ist da ausgezogen also da gibt es viel jetzt zu erbeuten für die ganzen kranken hier ist auch lustig was ane die für eine pinnummer hat bei ihrer bank einfach einfach ein zwei drei vier genommen ach so darf man jetzt wieder nicht ich bin ich wieder verzettelt hier und eh ne karte hat sie nämlich auch in der wohnung kriegen lassen unter dem schreibtisch das ist ein kleines trottelchen die ist echt manchmal ein bisschen naiv da sind ja noch etliche tausend euro drauf ach so durch das ganze stream oder das ganze streamer geld hat sie sich eingesteckt aber was noch schlimmer wäre wäre ja wenn ich jetzt sagen würde dass in der berliner straße wohnt ach so das stimmt nicht die ist nur nah dran ach jetzt ist hier schon wieder ach das azurmeere geht mir auch richtig auf die nerven warum hast du jetzt überhaupt das getauscht ach so weil ich am wegnüppeln bin tragota nicht mehr einsetzen der ist schon level 50 ich weiß halt nicht ob du keine lust hast ne was weg mit dir mensch außer regen keiner braucht dich so ente bitte und so blöd hier entlang o eingeschläfert hoppla bei dem wissen wir bis heute ja du hast vorhin gesagt der hat da stand doch da konnte ja wir gucken wir gucken uns den noch mal an ja aber nicht mit nicht mit killer junior der kann nur physische attacken so jetzt ente enden sie bitte hier entlang eigentlich levert déjà vu oder was rasieren sie den blatt dankeschön naja ja das sollte ja klar sein kieran du bist dann schon weg jetzt oder was ich muss gleich los kommen noch leute zu mir und ich muss vorher noch die bude ein bisschen aufräumen ja das verstehe ich so jetzt guck doch mal was der hat ich kann mit dem nicht gucken spreche ich spanisch die jocks ist ganz du kannst du mal die leiter hoch gehen muss ja da auch noch mal gucken die hier nicht da nicht die leiter sondern den berg da hoch ich würde mich an der stelle jetzt verabscheuen und was soll wir quatschen die tage noch mal wegen des zwölf stunden streams und na klar hab ich das schon wieder verschenkt hab ja ja schon um 11 und 23 uhr mitbrauchst na klar was wir dann halt spielen wieviel follower das bringen würde genau na klar sowas spricht sich schnell rum auf den unteren ebenen wird das switch bereiches wie schnell sich das rum spricht hast du gehört der macht einen zwölf stunden stream der ist verrückt da müssen wir reingucken und abonnieren und die glocke drücken guti drückt ihr eure glocken macht ihr eure abos kauft euch alles weg was geht ich wünsche euch noch ein wunderschön wir werden noch bis gleich wieder hören und dann tschüss passt aber auf bis denn endlich tschüssi ist er weg wenn ich bin auch da am Ende sind es halt über WP am Ende sind es halt über WP am Ende sind es halt über WP ach 36 komm das würde ich jetzt zum Beispiel da würde ich flüchten lass mich doch hier nicht verwirren von so einem Dreckspokémon ja ja ein fluchtfest ist das hier schön kann schon aber jetzt auch noch dauern bis wir die alle auf 50 geprügelt haben wieso sind doch nur noch drei ja Dotti zählt nicht Dotti wird ja ersetzt aber das weiß es noch nicht das wird sie noch pudelwohl hier in dem Team ey wir sind ein Team Leute oder ich fliege euch ja die ganze Zeit immer von Ort nach zu Ort und ich mache ihr die Höhle heller ich bin schon echt wichtiges Team für den Kampf Top 4 kann kommen Leute ich bin vorbereitet noch ein paar Läppelchen und dann geht's los weil ihr trainiert ja auch alle hier ich bin dann auch gleich dran warum sind die anderen schon so viel weiter als ich jetzt warum gehen wir ihn jetzt ins Pokémon Center an dem Computer ran da müssen wir doch noch nicht hin was tausch was ich soll abgelegt nein ich wurde nur benutzt ja und was machst du denn wie fliegst du denn wenn du Dotti nicht mehr hast ich muss ja dann nicht mehr fliegen ja gut komm hier guck dir den jetzt erstmal Martin ich kann ihn nicht angucken wenn der Konter macht und ich eine physische Attacke drauf mache ja dann mach Ente vorne ran der Ente hat auch keine Dings lust ja dann mach Yogi ja ran vorne aber der kommt der auf Level 50 so jetzt hier Level 4 auch immer noch nicht und hier lassen sich aber auch bitten und betteln hier du meinst du meinst du 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 valentine und patty mayonaise und roger klotz kennt man schon noch das ist der raudiner mit der lederjacke so ente ist mal wieder da guck mal die sind ja auch gleich level 50 das sagen wir aber auch schon seit 20 kämpfen und lugia wird ja da auch durch pesen wie so ein orkan ein fall für ente macht schon ich liebe aber auch level weil das ist man braucht geduld aber am ende hat man stabiles team zahlt sich dann fast schon aus würde ich fast sagen dann ist man stolz auf seine kleinen racker soweit gebracht haben die hat man 5 groß gezogen und alles jetzt sind sie 50 was soll das jetzt das ist ja auch ein bisschen willkürlich jetzt so ist der level 50 geworden dass du nicht mal echt gekriegt scheiße wie schnell die zeit war holy shit martin ist das legendär das ist ein shiny legendäres pokémon wir dürfen nicht fangen wisst ihr wie selten das ist das muss man kurz zelebrieren zelebrieren ja naja jetzt tot machen tot machen los du bist das einzige deiner art du musst sterben wie ein dodo ich muss sagen schein ist umzubringen tut echt was hey was hey was hey was hey du darfst ein shiny pokémon meines erachtens fangen guck mal in die regel noch mal ich glaube ich glaube das ist eine sonderregel ne ne ich glaube das ist ich weiß es jetzt nicht 100 prozent aber meines achten sind shinies ausgenommen von der regel hat das nächste mal obwohl wir hatten glaube ich hier schon zwei shiny pokémon ja auch jetzt sind doch alle fast 50 nur noch yogi ja schönes ding lässt sich ja mal bitten danke auf alle fälle jonathan ja diese info ok die zu spät kam ganz knapp zu spät kam ich glaube ich brauche aber noch mehr ap die sind nämlich schon fast wieder alle hier bei luia bei ihm können wir es noch mal ausprobieren hier konter siehst du achte das trifft sogar das wusste ich nicht dass ja jonathan hat recht ich habe das gerade mal hier nachgeguckt und da steht ja in lau to catch a shiny pokémon even if it's not your first also ich sag mal so das wäre auch gut gewesen für unser team guter lander das legendäre pokémon scheine die ganze zeit besiegen ja scheiße mensch das wäre das der legendäre pokémon aber hätten was gefangen ist die frage also frank kriegt dass wir hätten auf jeden fall was geboten den leuten naja da sind wir nicht vorbereitet gewesen ne aber außer dass es selten ist es ist jetzt auch nicht besser als seine nicht shiny achso ja das stimmt ja aber wisst ihr wie selten shiny sind ultra nur für den flex ja und das sieht halt geil aus so ein legendäres shiny pokémon auf dem papier aber das siehst du ja im kampf ist das auch egal komm nato was ist hier erst mal dort die muss erst mal angemacht werden dass der blitz das bräuchte jetzt nicht mehr für die palle will ich ja so schön und dann fliegen wir zur top 4 und dann machen wir schluss wir müssen dann noch das eine pokémon das shiny das kriegen wir nicht wieder martin wer weh ist mit der einstellung halt nicht ich will ein shiny zappdor ist ultra nervig jetzt sind alle level 50 und jetzt müssen wir uns halt noch na gut das werden wir dann mit kieren zusammen einfach machen was denn überlegen welches pokémon wir noch als sechstes reinholen also sichler oder nusskopf es ist wahrscheinlich wahrscheinlich ist es nusskopf weil sichler zu lange dauert ja und dieses angebot würde ich auch schon dann dem kieren unterbreiten indem ich es ins team packe dass er keine wahl mehr hat das wird dann einfach im nächsten teil dann gelevelt noch wir haben noch anderthalb minute bis zur magischen drei stunden grenze dann sollte ich mich beeilen war weil sonst geht das spiel automatisch aus und gesichert das wissen ja die wenigsten hier drei stunden muss man speichern nehmen wir mal kurz den kollegen raus hallo marcel was machst du da gerade warum hast du nicht dort die jetzt abgelegt wegen blitz so und auch fliegen aber speichern lassen ich level den anderen auf level 50 und dann wechsel ich dort die mit enter aus okay na dann machen wir das jetzt noch schnell ja damit war zumindest weil wir jetzt haben wir gerade ja und dann haben wir das hinter uns und dann können wir nächste woche loslegen ich wollte gerade aufhören man ja aber das fühlt sich jetzt so unvollständig ja und dann sagt kieren ich wollte aber sich nur haben ja gut das dauert natürlich dann machen wir den auch noch schnell bis dann ist es halt mal der zwölf stunden dann ist es halt mal so über stunden hat jeder schon mal gemacht was ach es geht mir schon wieder alles auf die nerven und der kann nicht so gut fliehen weil er so langsam ist jetzt muss trago dann die ganze arbeit machen zu dem nee wir müssen das jetzt auch nicht fertig machen muss siehst du hast nämlich auch keinen bock naja wenn es jetzt hier ewig noch dauert wobei was hat man denn schon zu tun wir sind beide über 30 was haben wir noch zu tun müssen wir uns mal den sarg langsam ausrufen ne warte mal wenn der kampf attacken kann jetzt kann ich wieder nicht fliehen der hat wirklich der sitzt wirklich früh zu hause überlegt okay wie kann ich die meisten ap von den leuten ablotschen das ist so sein ziel aber nusskopf ist hier anscheinend auch kann nicht so gut kämpfen habe ich das gefühl ich habe ein bisschen angst muss ich sagen vielleicht doch lieber sich noch das steht so heißt der nächste der nächste stream teil titel ja ich muss auch nachdenken warte mal stahl was ist das unlicht pflanze also ich bin stahl ja weiß ich nicht wenn du nicht aber man muss es auch mal probieren was du kriegst vier erfahrungspunkte heißt also mach auch erfahrungen ja dann ist er tot und dann dann muss ich noch ein also ich glaube von der war mal eine zeit lang das stärkste levelige pokémon was wir hatten der kollege tja jetzt ist er nur noch eine farce beleidigung eine karikatur seiner selbst ich habe auch keine tränke mehr glaube ich und vorbereitet bin aus abbruch vielleicht haben wir uns das doch für dieses mal auf ja weil die nerven ich bin ehrlich liegen blank ja ich denke mir auch so dann können wir nächste mal noch ein bisschen auf gechillt trainieren und dann geht's in die top 4 ich kann ja noch mal gucken wie viel sonderbonbons wir haben bestimmt 10 gucken mal den kriegen wir auch zwei auf level 55 noch hast du nicht ein bisschen ehre massal sonderbonbons setzt man die ein seite man kann sie vervielfältigen bis zum gett noch dann setzt man sie natürlich die ganze zeit sonderbonbon genau sehen ist er gut dann sollte es doch jetzt hier war doch heute erfolgreich gewesen also sein ja dann was soll ich sagen tschüss ne ich habe hier erlebt wir hätten den scheine die oxen fangen können das wäre wild gewesen aber man kann nicht alles haben manchmal kommt jonathan zu spät tschüss tschüss tschüssi 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 tschüssi